Aufnahme. Läuft. Handy. Natürlich aus. Natürlich aus. Natürlich aus. Tee oder Kaffee? Earl Grey. Den habe ich jetzt auch gerade nötig. Ist der auch heiß und von einem Replikator gemacht? Heiß ja, Replikator nicht. Okay. Do you want any hold points? I never want to hold again. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Countdown Podcast Folge 64. Die erste Folge in 2018. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Mensch, was ein Stress heute. Was ein Stress. Also, das erste Folge 2018 ist schon der 24. Januar. Wir waren ein bisschen in Neujahrspause, nenne ich es mal. Ich lag hauptsächlich an mir, da ich verreist war die letzten drei Wochen, hauptsächlich in Potsdam und Berlin, war in wissenschaftlicher, historischer Mission unterwegs und bin jetzt wieder da. Und es wurde auch schon in den Kommentaren angesprochen, dass wir so zum Ende des Jahres hin, 2017, etwas unregelmäßig wurden. Und unser Neujahrsvorsatz, so nennen wir es mal, ist, dass wir dieses Jahr wieder unseren schönen zwei Wochen Rhythmus einhalten werden. Also, dass wir in etwa alle zwei Wochen, ja, ich würde mal sagen, so zum Mitte, Ende der Woche hin veröffentlichen. Jo, werden wir hoffentlich hinkriegen, ne? Genau. Aber vielleicht ein kleiner Rückblick auf den Kongress, auf den 34 C3. Ihr habt ja vielleicht schon unsere Jahresrückblicksfolge gehört, die wir vom 34 C3 aufgenommen haben. Aber wir haben dort auch ein paar Vorträge gehalten. Frank, willst du mal kurz erzählen, was du auf dem Kongress dem begeisterten Publikum erzählt hast? Das begeisterte Publikum, das man auf der Live-Aufzeichnung natürlich nicht sieht, weil es hinter der Kamera ist und es ist riesig. Ihr werdet gar nicht glauben, wie groß das war. Ja, die Open Infrastructure Stage dort war gemütlich. Nennen wir es mal so. Vortrag im Wohnzimmer oder so. Ja, es gibt ja so Hauskreise manchmal. Das war so ein bisschen wie so ein Hauskreis. Also jetzt nicht im biblischen Kontext, aber im wissenschaftlichen. Ja, also durchaus sehr viel gemütlicher, als man sich das vorstellen würde. Und also, ich meine das wirklich auch ernsthaft. Also sowohl euphemistisch als auch ernsthaft, ein sehr kleines Publikum, vor einem sehr kleinen Publikum einen Vortrag zu halten, hat irgendwie tatsächlich was. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe einen zehnminütigen Rant über Helium-3 gehalten, auf Englisch, und einen 55-minütigen Vortrag über, da sieht man schon die Abstufungen, über Kernkraft im Weltraum. also im Wesentlichen nukleare Triebwerke. Die deutsche Version davon kann man sich mehr oder minder anhören, auf damals TM, sobald die nächste Folge raus ist. Ich glaube, der Jovo bringt die Folgen so im Monatsrhythmus ungefähr raus, aber auch nicht unbedingt in Sequenz, also irgendwann kommt das. Okay. Und ich habe dann noch einen halbstündigen Vortrag gehalten, über New Space und so mal meine Einschätzung dazu abgegeben, was gut ist und was eher weniger gut ist. Ja, und es war tatsächlich auch mein erster Vortrag, den ich hier gehalten habe. Dafür fand ich ihn gar nicht mal so schlecht. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht mal geschafft, mich methodisch inkorrekt anzuschauen. Ich habe auch noch nichts geschafft. Ich war ja bei deinem Atomkraftvortrag tatsächlich im Publikum. Deinen zehnminütigen Rant werde ich mir noch mal in einer ruhigen Minute genüsslich reinziehen. Ich finde es etwas schlecht, dass die meinen Disclaimer am Anfang irgendwie rausgeschnitten haben, dass ich doch sehr gestresst bin, weil irgendwie kurz danach bin ich halt noch zu damals DM gegangen und man hat halt nur eine Stunde in dem Slot Zeit dann dafür. So heißen, das war wirklich alles kritisch und ich habe sowieso den ganzen Tag über Stress gehabt an Du hast ja Arbeit aufgeladen diesen Kongress, das glaubt mir ja nicht. Ja, ja, es ist echt. Ja, also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst euch das mal vorstellen, da kommt der Frank an und sagt, ach ja, und ich mache jetzt noch eine Diskussionsrunde über Podcast und Radio, was man von der Lernkamm im Deutschlandfunk und das organisiere ich jetzt und der Frank, der hat auf einmal da richtig Arbeitsdruck bekommen. Irgendwie fand ich das sehr interessant. Es ergab sich so und dann ist halt klar, okay, mitgehangen, mitgefangen, jetzt muss ich das auch durchziehen, wenn ich das schon, wenn ich schon so ein lockeres Mundwerk hatte, dass ich das vorgeschlagen habe. Also, ja, hilft nichts, ne? Also genau, die Vorträge könnt ihr euch auf, ich glaube, media.freifunk.net anschauen, werden wir natürlich auch alles ordentlich verlinken. Da danken wir natürlich auch der Freifunk Assembly auf dem Kongress, dass sie dort alles aufgebaut haben, uns die Technik gestellt haben und das einfach möglich gemacht haben, dass wir kleinen Leute, der kleine Mann auf der Straße auch mal einen Vortrag halten darf und nicht nur die Rockstars der Wissenschaft. Jo. Genau. Und das war durchaus, das war durchaus nett, dass man das gemacht hat. Dadurch hat man halt die Chance, ja, sich auch mal an einem Vortrag zu halten, zu versuchen. Mir hat trotzdem etwas die Vorbereitung gefehlt. Lag sicherlich auch daran, dass man dann halt sich so sagt, naja, gut, allzu groß wird das Publikum nicht sein, das ist nicht ganz so wichtig. Ja, hätte man besser machen können. Das war unser kleiner Kongressrückblick und wir kommen jetzt zum UnterstützerInnen-Dank. Da haben wir natürlich unsere fleißigen Patreons, die uns kräftig unterstützen. Und da möchten wir danken, dem Eike, dem Sebastian, Sebi, Steffen, Martin, Torben, 19 Grad, Raw, Iroh, Rominger, M. Pingu, B-Bone, Michael, Hans, Christine, Meh, Markus, Packelwudding, Entschuldigung, Hori, Thomas, Ronald, Jochen und dem Johannes. Packelwudding ist natürlich echt gut. Der ist neu, oder er hat seinen Nutzernamen verändert, den kannte ich noch nicht. Ja, jedenfalls, ich bin ja, ich bin ja ein Liebhaber schlechter Wortwitze. Ja, also ich fand das, ich begrüße das auch sehr. Und natürlich bedanken wir uns auch bei unseren LiberaPay-Förderinnen und Förderern, Förderern, wie es dort heißt. Können wir leider nicht vorlesen, aber wir bekommen mittlerweile 12,91 Euro pro Woche, was auf etwa 55 Euro im Monat hinausgeht. Und das ist ganz gut. Wir haben übrigens einen Marktanteil bei LiberaPay von 0,75 Prozent. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich, ja, ja. Genau. Das ist ganz lustig. Da gab es ja, wir hatten ja vorletzte Sendung kurz über Patreon und diese, komische Ankündigungen geredet. Also seitdem geht LiberaPay durch die Decke mit Nutzern und Spenden und wie viel Geld da täglich rumgeschoben, wöchentlich rumgeschoben wird, kann man ja alles einsehen. Und ich würde nur sagen, läuft. Ja, nicht ganz so gut wie beim Bitcoins, aber ich glaube, da läuft es auch eher schlechter. Ich glaube, bei Bitcoins ist gerade eher so, nee. Ja. Genau. Das, genau, wir haben auch noch über Paypal ein bisschen was reinbekommen. Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber auch alle Leuten, die uns etwas über Paypal schicken, sei Dank gegeben. Da kam besonders über Weihnachten einiges rein. So fünf Euro, zehn Euro, also so ein bisschen Weihnachtsgeld hatte ich das Gefühl, dass die Leute dann gedacht haben, ach, dann gebe ich meinem Lieblingsraumfahrt-Podcast aus Tübingen und Berlin auch mal ein bisschen Geld ab. Also dafür herzlichen Dank für das ganze Weihnachtsgeld, was wir bekommen haben. Und ein kurzer Gruß noch an das Planetarium, nee, was Planetarium oder Sternwarte, mehr so. Ah, warte ich, ja genau, die E-Mail kam da auch noch rein. Ich glaube, ich habe die nicht mehr offen. Auf jeden Fall kam die Anfrage rein, ob man uns auch direkt Geld überweisen könnte. Also deine E-Mail-Adresse steht ja schon. Meine Kontoverbindung, meinst du? Meine Kontoverbindung steht ja schon auf der Webseite. Genau. Also man kann dem Frank auch direkt per SEPA-Überweisung Geld zukommen lassen. Ich kann meine leider nicht veröffentlichen, weil das ein Privatkonto ist und man da ja keine, also keine Überweisung im großen Stil entgegennehmen kann. Aber wenn man mir eine SEPA-Überweisung zukommen lassen möchte, einfach kurz anfragen. Meine E-Mails sind auch offen und meine E-Mail steht ja auch im Impressum. So Peer-to-Peer kann ich da schon meine Kontoverbindung weitergeben, wer das direkt machen möchte. Also meins ist ehrlich gesagt auch ein Privatkonto derzeit. Ach so. Und solange wie das nicht, solange wie das nicht überhand nimmt, wird da sicherlich auch keiner was dagegen haben. Ja, ich hatte die Geschichte von Holgi, aber ich denke mal, der hat auch wahrscheinlich wesentlich größere Spendenaufkommen. Genau. Wo dann vor allem die sind nicht mehr Einzelleute. Ja, wo dann Fidor irgendwann mal sagte, ihr macht doch mal bitte ein Geschäftskonto auf. Und das geht bei mir zur Zeit noch nicht wegen diversen familiären Verbindungen mit Familienversicherungen und solche Sachen, dass ich mich nicht selbstständig machen kann, also vor dem Finanzabend her. Ah, okay. Das ist in einem Jahr eh vorbei, da werde ich 25, da werde ich überall rausgeworfen. Aber jetzt, dieses Jahr kümmere ich mich noch nicht drum. Kann ich nachvollziehen. Genau. Bei PayPal zahlen wir ja auch, oder werden ja keine Gebühren auch abgezogen bei uns. Also wir sind ja auch, wir gelten ja für PayPal auch als Privatleute. Und von dem her ist PayPal auch gebührenfrei für uns. Also wenn ihr uns dort Kleinspenden zukommen lassen wollt, ist das noch sinnvoll. Irgendwann wird das wahrscheinlich auch PayPal zu bunt werden und die werden sagen, hier zahlt man Gebühren, aber zur Zeit geht das auch noch über PayPal. Wer diesen Dienst nutzen möchte, gibt natürlich auch viele Leute, die das aus prinzipiellen Gründen nicht tun. Aber genug über den schnöden Mammon. Reden wir über Feedback. Und da kam eine Frage unter Folge 62 auf vom, lass mich kurz gucken, vom Henning, der uns fragte, ob wir mal erklären können, was Mach-Diamanten sind. Oder wende ich mich ganz vertrauensvoll an dich, Frank. Ja, also Mach-Diamanten, da fragt man, die sind aus den Hinterlassenschaften von Ernst Mach und die werden jetzt von Generation zu Generation weitergetragen und jemand, der einen schönen Ring haben will, der nimmt sich dann so einen Ring und packt den Diamanten da drauf und dann ist das alles ganz super. Ähm, nee, nicht ganz. Mach die Diamanten entstehen bei Düsentriebwerken und auch bei Raketentriebwerken, weshalb man da hier doch richtig am Platze ist, wenn da hinten überschallschneiders Zeugs rauskommt, was ja eigentlich immer der Fall ist, und das Ganze und die Düse dahinter überexpandiert ist. Das heißt, wenn praktisch der Druck der Abgase am Ende der Düse kleiner ist als der Außendruck der Luft. Da entsteht sowas überhaupt erst mal. Also das ist so, so unbedingte Voraussetzung. Nun ist es so, dass die allermeisten, ähm, Flugzeugtriebwerke und Raketentriebwerke optimiert dafür sind, dass sie am Boden, äh, dass sie nicht am Boden, sondern irgendwo weit oben, äh, möglichst gut funktionieren und sind deshalb eigentlich immer überexpandiert. Das heißt, äh, dass man am Boden, äh, fast immer diese Machtdiamanten sehen wird. Ähm, was passiert da? Äh, ja, letztendlich ist es so, es kommt dieser, dieser, äh, Strahl, der Abgasstrahl raus aus dem Triebwerk und wird, äh, dadurch, dass der Luftdruck draußen eigentlich größer ist als in dem, in dem Abgasstrahl, äh, halt dann wieder zusammengeschnürt, ähm, geht, äh, aber, ähm, wenn der, wenn der zusammengeschnürt wird sozusagen, ähm, dann bekommt der eine gewisse Geschwindigkeit nach innen rein. Also, soll heißen, ähm, das Gas, äh, wird ja vom, vom Luftdruck von außen nach innen gedrückt mit einer bestimmten Kraft, wird dabei beschleunigt und, äh, schießt dabei ein bisschen übers Ziel hinaus, äh, so, dass man dann halt eine gewisse Einschnürung hat und, ähm, als nächstes, äh, ist der Abgasstrahl, dann wieder etwas zu dicht und, äh, expandiert dann wieder und so weiter und dann hat man so eine, so eine wellenförmige, ja, so ein wellenförmiges Etwas, so, dass man halt immer so leichte Knoten da drin hat in dem Abgasstrahl. Okay, und, äh, innerhalb von diesem, von diesem Abgasstrahl entstehen durch diese ständigen Kompressionen halt Wellen und auch stehende Wellen und, äh, diese stehenden Wellen immer an diesen Einschnürstellen, ähm, die sorgen halt dafür, dass an bestimmten Stellen, äh, besonders hoher Druck herrscht und besonders hoher Druck heißt, dass chemische Reaktionen dort etwas besser und schneller ablaufen können. Und, ähm, ja, äh, wenn dort, äh, die, die chemischen Reaktionen schneller ablaufen können, äh, sprich, die Verbrennung der, der restlichen Abgase mit dem restlichen Sauerstoff, äh, dann leuchtet das dort etwas heller als im Rest des Abgasstrahls. Und das sind dann die Mach-Diamanten, die man sieht. Genau. Deswegen leuchten die. Werden auch, äh, Schock-Diamanten oder Mach-Scheiben oder Mach-Discs im Englischen genannt. Genau. Ich hoffe, äh, Henning und alle anderen, wir haben das jetzt ausreichend erklärt, äh, als ich Frank... Schaut in die, Schaut in die Shownotes. Äh, da ist ein Link. Genau. Ist gar nicht mal so kompliziert, wie ich immer dachte. Ich weiß nicht, ich hab das... Genau, da wollte ich gerade hinaus, äh, als ich Frank fragte, ob er das kurz erklären kann, meinte er, oh, oh, das ist kompliziert. Und wenn Frank sagt, das ist kompliziert, dann ist es wirklich kompliziert. Aber war gar nicht so kompliziert. Es war gar nicht so kompliziert. Nee, ich weiß auch nicht. Irgendwie, äh, manchmal steht man halt da, wie das Schwein vorm Ohrwerk und dann hat man beim nächsten Mal nur noch im Kopf, hm, ich hab's das letzte Mal nicht kapiert. Tja. Okay. Wie es halt so ist. Okay. Kommen wir, kommen wir zu den Themen. Ich fang einfach mal mit meinem ersten Thema an. Äh, AngoSat1 ist, äh, der erste angolanische, Angolanese, Ango... Der erste Satellit aus Angola. Der erste Satellit aus Angola, danke. Bitte. Äh, der, ähm, am 26. Dezember 2017 gestartet wurde auf einer, äh, Zenitrakete. Und, ähm, genau, basiert auf dem Universal Satellite, auf der Universal Satellite Plattform. das ist eine Plattform, die von Energia gebaut wird. Und dieser Satellit sollte ursprünglich, äh, an, äh, Gazprom Space Systems geliefert werden. Wusstest du, dass Gazprom eine Raumfahrtabteilung hat? Oder? Nicht so richtig, aber gibt's irgendeine Abteilung, die die nicht haben? Genau. Also wurde auch für Gazcom genannt. Also wahrscheinlich, äh, haben die dann auch so Telekommunikations, äh, Services. Ähm, und die hatten, äh, bis 2009 die sogenannten Jamal-Satelliten. Und dann haben sie gesagt, nee, wollen wir nicht mehr. Und dann hatte Energia halt noch so ein paar USP-Satelliten rumliegen. Und dann wurde, glaube ich, 2014 ein Vertrag mit dem, ähm, Angolischen Ministerium für Informationstechnik geschlossen. Ähm, das ist ein, dass sie ein Satellit haben wollen, der Bild- und Datendienste, äh, für Angola und angrenzende afrikanische Staaten bereitstellt. Das wäre so etwa Kongo, ähm, Zimbabwe, ähm, und, äh, andere Länder, also so, Gabun, genau, mittleres Südafrika. Also, so, etwas unterhalb des Äquators. Namibia, das fällt mir noch alles ein. Ich kann, ich kann einfach mal nachgucken eigentlich. Ich hab ja doch ein Globus stehen. Genau, ich hab's auch noch mal nachgeschaut, wo irgendwo. Zambia. Genau, Zambia. Hey, Botswana. Genau, ähm, äh, übrigens seit, äh, ich glaub, der Bürgerkrieg ist auch noch so gar nicht so lange her. Die hatten ziemlich lange Bürgerkrieg, glaub bis 2007 oder so. Äh, kann sein. Also, die, die sind ja erst in den 70er Jahren unabhängig von Portugal geworden. Genau, 75. Ja. Ja, genau, ähm, und, äh, da gab's schon von Anfang an Probleme mit Angusat 1, deswegen reden wir jetzt auch drüber, äh, denn, äh, am 27.12., also ein Tag nach Start, wurde, äh, von Energia bekannt gegeben, dass sie, äh, Kontakt, äh, verloren haben, also, dass sie keine Telemetriedaten von, äh, vom Satelliten empfangen. Aber schon einen Tag darauf, also am 28.12., hieß es dann, ja, wir, wir stehen wieder in Kontakt mit dem Satelliten und alles ist in Ordnung. Und, äh, das war jetzt auch, also war jetzt, äh, einfach auch keine neuen Nachrichten, bis zum 15. Januar, äh, wo es eine Pressemitteilung gab, dass anscheinend, äh, einzelne Komponenten des Satelliten nicht richtig mit, äh, Strom versorgt werden. Und, äh, dass der Satellit sich zurzeit in einem Safe-Mode befindet, also, äh, alle nicht essentiellen Komponenten des Satelliten wurden abgeschaltet, ähm, und der Satellit driftet auch, er ist ja auf dem Weg in den geostationären Orbit und driftet so Richtung Westen weg, also von, von einer Erdbeobachtungsposition aus und man verliert bald den Kontakt, äh, mit dem Kontrollzentrum in Koroljev. Und, äh, deswegen macht man jetzt erstmal nicht viel mit dem Satelliten, weil wenn man jetzt anfängt, den Satelliten irgendwie rumzuschubsen und dann erstmal für zwei Monate den Kontakt verliert, dann kann der Satellit danach irgendwo sein. Aber nur nicht da, wo man ihn erwartet. Jo. Deswegen, ähm, lässt man ihn jetzt erstmal in dem Safe-Mode und, äh, will dann weitere Tests, äh, Mitte April durchführen, wenn er dann wieder in der Reichweite von, äh, Koroljev ist. Und, äh, das Interessante ist, dass, äh, schon am 5. Januar der, äh, russische, ähm, Botschafter, äh, in Angola bekannt gegeben hat, dass der Satellit einwandfrei funktioniert und alle Dienste hervorragend, ähm, ausführt und auch. Wann war der Start? Äh, 26.12. Achso, okay. Wieso? Das ist ja, ich hatte schon gedacht, vor dem Start. Nein, nein, also am 5. Januar war das dann, also, äh, ja, so zehn Tage später und auch da, auch von, ich glaube, vom Angolischen Ministerium und ich glaube auch die Presseagentur aus Angola haben das alles schon verkündigt am 5. Januar, dass das alles gut funktioniert. Man hätte anscheinend am Anfang Probleme mit Verunreinigungen gehabt, aber die seien jetzt behoben, ähm, aber war ja dann anscheinend doch nicht, also es gab da so ein kleines Kommunikationsproblem und, äh, jetzt bleibt abzuwarten, was mit, äh, Angusat 1 passieren wird. Ja, ähm, ja, bleibt noch zu sagen, äh, Zenit-Rakete, äh, eigentlich auch was Besonderes, weil die hat ja eine ukrainische Oberstufe und, äh, nee, wie war das? Also, äh, hat ein russisches Triebwerk, die erste Stufe wird, äh, irgendwie in der Ukraine auf jeden Fall zusammengebastelt, bis aufs Triebwerk halt, ich glaube, die Oberstufe ist aber komplett aus der Ukraine, ähm, oder irgend sowas. Also, ähm, viele ukrainische Teile, deswegen, äh, durchaus was Besonderes. Ja. Ähm, weil politisch, äh, sind die sich ja nun, ähm, vorsichtig gesagt, nicht mehr ganz so grün. Das stimmt. Genau, Angusat ist, ähm, ja, ist somit abgehandelt. Ich wollte nur das ansprechen, weil, ist halt der erste Satellit, äh, von Angola, ist ja schon irgendwas Besonderes und jetzt, ähm, gab es da auch so viele Kommunikations, äh, Paradoxien, ähm, dass es doch schon ein interessantes Thema war. Aber gehen wir mal weiter, äh, zu deinem Thema, Frank. Was hast denn du uns anzutiefen in dieser Folge? Ja, äh, wieso ist hier alles so stressig gewesen? Ähm, ich habe kurz vor, äh, Aufnahmebeginn, also wirklich kurz davor, noch, äh, einen Artikel geschrieben. Also, was heißt Artikel? Also eine Meldung, eine kurze Meldung. Ähm, weil so tröpfchenweise immer mehr Informationen zu dem zweiten Testflug und dem ersten erfolgreichen Testflug der Elektron-Rakete rausgegeben werden. Und, äh, ich glaube, wir haben jetzt, wir sind jetzt durch, wir haben jetzt irgendwie alles, alles gehört, was es zu hören gab, mehr oder weniger. Kurz vor Sendungsbeginn, als hätten wir es geplant. Ja, ja, also, äh, nee, also es ist ein bisschen stressig, wenn man irgendwie unter Zeitdruck ganz schnell noch eine Meldung schreiben muss. Ja, aber was ist jetzt alles gemeldet worden? Was gemeldet wurde? Jetzt ganz zuletzt war noch eine, eine Nutzlast offen, die, ähm, zwar, äh, getrackt wurde, aber über die nichts bekannt wurde, ähm, bis heute. Und, äh, die nennt sich, äh, The Humanity Star. Äh, was ist es? Es ist ein Satellit mit einem Durchmesser von ungefähr einem Meter mit reflektierenden Paneelen drauf. Das Ding sieht ungefähr so aus wie eine Disco-Kugel. Eine sehr, sehr, äh, grobschlechtige Disco-Kugel. Also man darf das nicht jetzt? Eine sehr grobschlechtige, ja. Genau, also ein, sagen wir, es ist ein Polygon. Ja, mit 65 Seiten. Ja, was wäre das dann? ein Kaeder? Sechs, äh, warte mal, äh, Tod, ne, warte mal, der Dodecaeder ist ein Zwölfseiter, Isocaeder ist, äh, 20. Frag mich nicht, was 65 bedeutet. Ähm, das wäre dann 65 auf Griechisch. Also ich kann nicht rausfinden, was, was ein 56-seitiges, äh, geometrisches Objekt korrekt heißen würde. Kannst du gucken? Ja, wo denn? Ich hab keine Ahnung. Ne, ich, ich hab grad nachgeschaut, aber ich find's jetzt grad auf die Schnelle nicht. Erzähl mal vor allem. Ja, es ist kein regelmäßiges. Es ist kein platonischer Körper. Okay, es ist kein platonischer Körper, aber was macht es denn? Was, was will es denn? Was will dieses Objekt von uns? Es macht das, was eine Disco-Kugel auch macht. Leuchten, also Licht reflektieren und, und Leute blenden. Also, nicht ganz blenden, aber, äh, es, es dürfte relativ hell werden. Ähm, ungefähr so, so ähnlich wie ein, ähm, 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 na, ist fast schon geneigt zu sagen, früher, aber noch sind ein paar von dem, von den alten, äh, Iridium-Satelliten da. Ähm, ja, werden etwas heller als sämtliche Sterne und Planeten, die da oben so rum sind und, äh, wenn das Ding einmal da ist, dann, äh, ja, es dreht sich ja und wird dann relativ unregelmäßig, ähm, Licht, äh, reflektieren. Und wenn man Glück hat, dann, dann sieht man das gerade, wenn es aufblitzt am Himmel. Ähm, ich, ich, ich bin sehr gespannt. Ähm, die Kugel wird ungefähr neun Monate sich da oben halten. Äh, sie ist offensichtlich sehr, sehr leichtgewichtig, denn, äh, ist ja in einem Orbit von 500 Kilometern Höhe und, ähm, ja, da oben ist eigentlich die Luft schon ziemlich dünn und neun Monate Lebensdauer ist doch recht wenig. Äh, sei denn, das Ding wurde schon eher ausgesetzt und es ist ein 300 Meter Orbit, 300 Kilometer Orbit. Ähm, ja, äh, was heißt ja früher ausgesetzt? Das war das andere Neue, was man erfahren hatte bei der Elektron. Ähm, die hatte nämlich eine geheime dritte Raketenstufe an Bord. Äh, das ist, das ist mindestens frech gewesen, dass man das vorher nicht gesagt hat, will ich mal behaupten. Ähm, Ähm, ja, also, äh, die, die Raketenstufe hat dafür gesorgt, dass man, ähm, ursprünglich, also die, die ersten beiden Stufen haben, äh, sind in den 300 mal 500 Meter Orbit, äh, 300 mal 500 Kilometer Orbit, äh, sehr kleinere, äh, 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 und, äh, setzt meistens sowas wie CubeSats aus, die keine aktiven Antriebe haben, die können dann nicht von alleine in, äh, den, den Orbit zirkularisieren, so heißen, äh, die brauchen ein bisschen Hilfe und diese Hilfe stellt halt diese dritte Stufe zur Verfügung und die hat das halt gemacht, also, die sind jetzt in einem 500, äh, Kilometer Orbit, der kreisförmig ist, ähm, ja, Inklination 83 Grad, also irgend so ein polares Ding. Sollte also auch übrigens, äh, der, der Satellit sollte dann auch überall auf der Erde so nach und nach zu sehen sein, ähm, alles eine Timingfrage, äh, weil man sieht den Satelliten natürlich nur in der Dämmerung, also es muss ja, es muss ja Licht da sein, ähm, den, der Satellit reflektieren, dass der Satellit reflektieren kann und gleichzeitig muss es dunkel sein, sodass man das Ding dann auch sieht am Himmel. Ähm, alles nicht so leicht, aber, äh, es sollte eigentlich jeder irgendwas abbekommen. Ja, also Sie machen ja das vollmundige Versprechen, dass jeder, äh, von jedem Punkt der Erde, der Satellit zu sehen ist, wahrscheinlich, also mindestens einmal. Ja, ja, das haut auch hin so von der, von, vom Orbit her. Und man kann hier irgendwie auch, äh, einen, kann ich hier nicht irgendwie so einen Marker setzen auf der Website. Es gibt also thehumanitystar.com und, äh, genau. You will not able to see the satellite within the next 2087 hours. Please check again later. Das ist ein Vierteljahr. Ja, äh, drei Monate also und neun Monate. Ja, drei, vier Monate so. Genau, also wahrscheinlich dann so im Sommer wird er zu sehen sein. Hoffentlich. Ähm, er ist gerade, äh, seine Flugbahn verläuft gerade so ein bisschen über, äh, Pakistan, Myanmar, Mongolei, Kasachstan, dann über Sibirien hinweg und, äh, tritt dann wieder ein, also kommt dann wieder über Festland, Mexiko und dann so der Mittlere Westen der USA über Kanada hinweg. Ähm, die sollten ihn dann irgendwann mal sehen zur Zeit. Ähm, ja, hauptsächlich in den USA, weil der Rest ist so eine gestrichelte, so eine gestrichelte Linie, äh, wo kein Licht da ist. Ach, das ist die, das bedeutet die gestrichelte Linie? Ja. Okay. Also wo Licht da ist, das sieht man ja nicht. Selber nochmal gucken. Oder wo er nicht reflektiert wird. Genau, da steht, steht hier, Humanity Star not in shadow, Humanity Star in shadow. Äh, weil wenn er, wenn er hinter der Erde ist und gerade, ähm, und gerade, äh, nicht von der Sonne angeleuchtet werden kann, weil da frecherweise die Erde dazwischen ist, naja, dann kann man ihn natürlich auch nicht sehen. Das stimmt. Ähm, er ist übrigens gerade über, oh, verdammt, äh, einer der großen Inseln, äh, von Kanada. Neu, ist das Neufundland? Nein, das ist, nein, nein, äh, keine Ahnung, wie die jetzt heißt. Ähm, das eine ist Elsemeer Island. Ich, ich kenne, ich kenne bloß Elsemeer Island hier. Äh, ach nee, dann gibt es noch Baffin Island. Baffin Island, Elsemeer Island und, äh, das sind aber auf der anderen Seite von diesem Archipel. Äh, ja, äh, kenne ich gerade nicht. Jedenfalls über Kanada gerade und bewegt sich, äh, im Laufe der Sendung dann Richtung Vereinigte Staaten, fliegt dort über den mittleren Westen. Genau, Mexiko runter und dann über den Südpazifik, Paz, Pazifik, Pazifik und dann Antarktis. Naja, und, äh, jetzt ist ja eine schlichte Frage, warum? Warum? Damit die Menschen ihren Blick an den Himmel erheben, den Sternen sehen und die Sterne dahinter sehen und, äh, ihre Existenz als Menschen kontemplieren. Was denn sonst? Um es mit klaren Worten zu sagen, es blinkt schön und, äh, wir hatten Spaß dort. Wir, wir fanden es lustig. So ungefähr, ja. Genau. Also, äh, nicht nur, nicht nur reiche Millionäre mit, äh, roten Autos können lustige Sachen ins All schießen, wo ich ja, also das wesentlich charmanter finde als diesen ollen Tesla, muss ich ja ehrlich sein. Ähm, mal überlegen, wie groß die Kugel sein könnte, die so eine, äh, Falcon Heavy hochschießen könnte. Also, die könnten ja da, Ja, also in richtigen. Das ist dann aber langsam kompliziert. Wieso? Naja, du musst das Ding ja dann irgendwie auseinanderfalten. Wie auseinanderfalten? Naja, also, du könntest ja bestenfalls so groß, äh, also, wie groß ist die Nutzersverkleidung, irgendwas um die fünf Meter. Äh, und größer geht dann halt nicht. Ansonsten muss das Ding irgendwie auseinanderfalten, aufblasen oder sonst irgendwas. Ja, rufen wir kurz bei, äh, Bigelow Aerospace an, ob die, ob die ihre, ihre, äh, wie heißt ihr großes Ding? BE3? Ne, das hat das Triebwerk. Äh, äh, Dingens da, BA3, Genau, auch in der, in der Disco-Variante liefern. Das passt ja schon. Also, ich finde das schön. Ich, ich finde das, ich finde das nett, auch wenn es so ein bisschen schwülstig daherkommt mit diesen, ha, wie Humanity ist da, ähm, aber es hat was von, ähm, von, ähm, der Space Blanket, vom Space Lab, was ja dann auch irgendwie, äh, geglitzert hat. Jo, ähm, ich warte immer noch darauf, dass jemand eine Konstellation aus Satelliten baut, ob die so ein paar hundert Meter oder paar Kilometer, also wirklich nur so ein, zwei Kilometer erreicht, äh, und dann halt, äh, also irgendwie fest verbunden sind, weil das könnte man dann mit bloßem Auge als ein Objekt, als ein ausgedehntes Objekt sehen. Und sowas gibt's halt zurzeit noch nicht. Also zurzeit ist alles, was man oben sieht, sogar die ISS immer noch so klein, äh, dass man's halt letztendlich bloß als einen hellen Punkt sieht. Mhm. Ja, das wird aber bestimmt. Obwohl die ISS halt schon so groß wie ein Fußballfeld ist, aber naja, in 400 Kilometer Entfernung ist so ein Fußballfeld dann halt doch ziemlich klein. Mhm, mhm, ja. Ähm, ja, neun Monate, es könnte natürlich auch sein, wenn jetzt ein Kind gezeugt wird und das neun Monate geboren wird, dann hat es zu seiner Geburt eine Sternschnuppe. Eine künstliche. Juhu. Ja, genug der, der, der Ramontik, kommen wir wieder zu knallharten, ähm, Fakten, oder dem Fehlen von knallharten Fakten, ähm, ich würde gern über Zoomer reden. Warte mal, ich, ich wollte noch kurz über die, über die dritte Stufe reden. Ach so, Entschuldigung. Da war ja noch was, ne? Genau, es gab ja noch eine dritte Stufe, Frank, die geheim war, sehr geheim. Ja, also, äh, es ist relativ selten, dass eine Raketen, äh, dass eine Rakete eine Raketenstufe hat, von der noch niemand was gesagt hat. Ähm, naja, äh, die, äh, hat, äh, irgendwie vier kleine Tanks, also, äh, es gibt ein Bild davon, hat vier kleine, äh, kugelförmige Tanks, äh, in denen irgendein Green Monopropellant, wie sich irgendein Twitterer ausdrückte, sein soll. Ähm, also, so heißen, irgendein Raketentreibstoff, den man mit dem Katalysator, oder durch Hitze, äh, einfach zerlegen kann, wobei energiefrei wird, und dann hat man halt, ja, das, was man haben will, äh, halt Schub. Ähm, was genau es ist, weiß keiner so richtig, aber wenn es heißt Green Monopropellant, weiß man zumindest, dass es wahrscheinlich kein Hydrazin ist, weil unter Green bei, äh, äh, Raketentreibstoffen, versteht man in den meisten Fällen, äh, ja, halt kein Hydrazin, weil weniger giftig. Ähm, der beste, äh, äh, was, was es am wahrscheinlichsten wohl ist, ist ADN, und ich muss kurz nachgucken, das ist Ammonium-Dinitramid. Ähm, das gesund. Gesünder. Okay. Also, ich, ich weiß es nicht, also ich, ich müsste jetzt irgendwie nach toxikologischen Untersuchungen suchen, aber, äh, also, ähm, es gibt diverse Danger, äh, also auf der Wikipedia gibt es diverse Danger-Symbole, äh, es ist brennbar, ja, äh, und, und es ist wohl auch explosiv, wer hätte es gedacht, ähm, ja, äh, der größte Nachteil davon ist, es muss fast 100 Grad heiß gemacht werden, bis es schmilzt, ähm, im Vergleich zu Hydrazin, das man natürlich gerne deswegen benutzt, weil es auch bei sehr kalten Temperaturen noch, äh, flüssig bleibt, ähm, deswegen wird es recht selten benutzt, aber, äh, für, für eine Raketenstufe, äh, lässt sich sowas halt schon machen. Ähm, hat ein, die Raketenstufe hat einen Schub von 120 Newton, äh, was, äh, ziemlich klein ist, aber es reicht immer noch für so eine Beschleunigung von einem Meter pro Sekunde, oder einen halben Meter pro Sekunde, je nachdem halt, also, äh, ja, die, die Ansprüche sind ja doch recht bescheiden, wenn man einmal oben im, im Orbit ist, äh, 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 ja, es wäre halt, es wäre halt toll, wenn, wenn man da irgendwie etwas, etwas genauere Aussagen drüber hätte, ähm, aber im Wesentlichen ist das Ding halt wirklich bloß dafür da, dass Nutzlasten, die selbst keinen Antrieb haben, in, äh, spezielle Orbits gebracht werden können, weil die zweite Stufe von der Elektron-Rakete ist nicht wieder startbar. So heißen, äh, das Ding wird einmal gestartet und, äh, wo immer der, der Orbit ist, in dem die sich am Ende, äh, befindet, äh, ist dann der Orbit, äh, bei dem es dann halt auch bleibt. Einmal ist es zum Beispiel bei der Falcon 9-Rakete, die halt nochmal neu starten kann und dann irgendwelche Umlaufbahnen zirkularisieren kann oder sonst irgendwas. Aber, aber die, die Kickstage, also die dritte Stufe, kann wieder gestartet werden? Die kann mehrfach wieder gestartet werden, ja. Und also, so heißen, die kann dann auch mehrere Satelliten in unterschiedlichen Orbits aussetzen. Okay. Wie unterschiedlich ist dann die große Frage? Und solange wie wir keine Details darüber bekommen, ähm, ja, lässt sich da auch wenig drüber sagen. Ähm, übermäßig leistungsfähig dürfte das Ding nicht sein. Allerdings, ähm, das Wichtigste dabei ist wohl, dass man die, die zweite Stufe los wird, weil die hat ja immer noch ein paar, ähm, ein paar Batterien an Bord, äh, die, die ja dann doch irgendwas wiegen. Und, äh, ja, wir haben noch nicht über den, über den eigentlichen Start, äh, fällt mir gerade auf. Habe ich ja live gesehen. Wir haben über alles gesprochen, was da an geheimen Zeugs dabei war, aber nicht darüber, dass das Ding überhaupt geflogen ist. Genau, das war ja auch unser Couch-Gag, weil dann, äh, war es anscheinend im, in der, in der, im letzten Roll-Check so, dass, ähm, der, keine Ahnung, wahrscheinlich Flight-Controller gefragt würde, ob er irgendwelche Haltepunkte im Countdown haben möchte. Also, das kennt man ja aus Countdowns, dass es irgendwann einen geplanten Hold gibt, wo der Countdown für, keine Ahnung, acht, fünfzehn Minuten, acht oder fünfzehn Minuten angehalten wird. Da kennt man vor allem aus der Atlas-5-Rakete, ähm, ja. Wo es, also so eine Art Pufferzeit. Wir hatten zwischendurch auch so klassische Probleme gehabt. Also, ich glaube, das erste Problem, was sie jetzt im Januar hatten, äh, nee, nicht im Januar, das war noch im Dezember, glaube ich, äh, wo es einfach zu warm war. Und der, und der, äh, start dann irgendwie eine Sekunde nach Zündung der Triebwerke abgebrochen wurde. Äh, ja, weil man halt, äh, man hatte einfach nicht damit gerechnet, dass es so warm wird im Sommer in, in Neuseeland. Und dann musste man, äh, nochmal, äh, nochmal den Vent Schedule, also, äh, die, ähm, ähm, ja, also man, man kann, man kann die Temperatur des flüssigen Sauerstoffs dadurch beeinflussen, dass man einfach ein Ventil aufmacht und ein bisschen was davon verdampfen lässt. Äh, die Verdampfungswärme geht dann weg. Und dann kühlt sich das Zeug wieder ab. Da muss man bloß wieder, äh, frischen Sauerstoff nachfüllen. Und, äh, wenn man das, äh, wenn man das macht, dann bleibt die Temperatur irgendwo konstant. Äh, wenn man das nicht macht, dann steigt die Temperatur irgendwann. Und, äh, weil man nicht damit gerechnet hatte, dass es so warm wird, hat man das nicht getan. Und dann beim Start plötzlich festgestellt, oh, hoppla, wir haben gar nicht, äh, wir haben, wir haben den, den Sauerstoff nicht auf der richtigen Temperatur. Und hat das dann abgebrochen. Und dann hieß es, äh, ja, irgendwie Weihnachten wird nichts mehr. Glaube ich, ich hoffe, das war alles vor Weihnachten. Das ist, äh, alles etwas stressig gewesen, in, äh, seit, äh, seit dem Kongress und so. Man hatte dann jedenfalls noch mal ein Problem gehabt, nämlich, dass irgendwelche, äh, irgendwelche Boote in der Sperrzone waren. Und irgendwann waren die Leute dann ziemlich gestresst. Und dann kam es zu der berühmten Aussage. Genau, dass, dass er gefragt wird, ob er irgendwelche weiteren Hold-Punkte haben möchte. Und dann meinte er nur etwas resigniert. I never want to hold again. Und, äh, die Rakete flog dann auch. Ohne Hold. Genau, sie flog. Und, äh, kurz danach gab es dann T-Shirts mit genau diesem Spruch. Als hätten sie es geplant. Für 48 Stunden. Genau. Und nur nach Neuseeland, USA und Kanada. Äh, Neuseeland, USA, Kanada. Ich glaube auch Großbritannien. Ja, das kann sein. Aber jedenfalls nicht nach... Nie, Australien war es noch. Jedenfalls nicht nach Deutschland. Ja, leider nicht. Also ich habe auch sofort nachgeguckt, äh, weil der Spruch ist dann doch ziemlich cool. Ja. Ähm, was hast du Elektron-Rakete? Ähm, ich habe mal nachgerechnet, wie viel Leistung die hat. Ja. Also die, die Treibstoffpumpen, die sind ja, also die, die Triebwerke von der Elektron werden ja, äh, elektrisch betrieben. Und mir ist jetzt klar geworden, äh, die Leistungsangabe der Treibstoffpumpen, äh, beziehen sich auf, jeweils eine Treibstoffpumpe, von der jedes Triebwerk zwei hat. Ähm, aus irgendwelchen Gründen war mir das früher nicht klar. Und, äh, also von den Triebwerken hat natürlich die erste Stufe neun Triebwerke. Und, äh, ja, jede Pumpe hat 37 Kilowatt Leistung. Zusammen sind es 666. Und, äh, ja, das ist dann so die Größenordnung, äh, womit man eigentlich so was wie Rennautos betreibt. Also, äh, im Vergleich mal zur Formel E, das ist mehr als die dreifache Leistung von dem, was so ein Formel E-Auto hat. Äh, alleine um die Treibstoffpumpen für so eine kleine Rakete, was so die kleinste gängige Rakete, äh, überhaupt ist, zu betreiben. Und, äh, ja, bei größeren Raketen, na ja, da kommen dann Leistungen natürlich zustande. Also, das RD-170-Triebwerk, äh, zum Beispiel hat 170 Megawatt, äh, an Pumpleistung dahinter. Äh, das ist dann schon so die Größenordnung vom Großkraftwerk fast. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, und, äh, wann soll jetzt der dritte Teststart kommen? Das weiß man noch nicht. Das ist kein Teststart mehr dann. Ja, die sind, die sagen, äh, es war ja so, dass in dem Interview meinte der Rocket Labs-Chef, dass wenn die zwei Tests erfolgreich verlaufen, dass sie dann den dritten canceln und dann gleich quasi ins offizielle Business einsteigen. Das ist jetzt schon so beschlossene Sache, dass der dritte Teststart kein Test mehr ist. Soweit ich weiß schon. Äh, ich glaub, da war was im Februar. Ich hab's jetzt grad nicht mehr im Kopf, wo ich das her hatte. Ja, okay. Werden wir ja dann sehen. Ja, auf jeden Fall sind's, glaub ich, 14 Satelliten. 14 oder 16. Die jetzt ausgesetzt wurden. Ja, genau, da waren ja auch ein paar. Nee, die beim nächsten Mal, beim nächsten Mal ausgesetzt werden. Ja, auf der jetzt, auf Stilltesting war ja, glaub ich, wieder was von Planet Labs dabei. Ein paar DARF-Satelliten. Und zwei LEMO-Satelliten. Von Spire. Von Spire, genau. Äh, auch eine witzige Sache. Also, die sind eigentlich für Kommunikation mit Schiffen gedacht. Aber irgendwie werten die die GPS-Signale aus und können dann irgendwie so Zeugs wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und sowas auswerten. Darüber haben wir mal geredet. Ja. Ja, sehr interessant. Ähm, gut, kommen wir, äh, zu meinem nächsten Thema. Zuma. Das ist ja auch so eine Geschichte. Also, äh, Zuma ist eine geheime Nutzlast der US-Regierung, gebaut von Northrop Grumman, ähm, welche am 5. Januar, war das so, 5., also Anfang Januar, äh, von SpaceX auf einer Falcon 9 gestartet wurde. Und der Flug verlief auch so ganz gut. Rakete landete wie eine 1. Ähm, Nutzlast wurde ausgesetzt, aber das wurde natürlich nicht gezeigt. Und dann fingen die Probleme an. Denn, dann kamen die ersten Gerüchte auf, ja, äh, die Nutzlast sei tot irgendwie. Also, wurde ausgesetzt, aber funktioniert nicht. Und, ähm, dann wurden Repräsentanten des Repräsentantenhauses als, äh, quasi Regierungsvertreter für solche Sachen unterrichtet, dass, ja, die Nutzlast, äh, ja, tot im Weltraum war. Und dann, über dem Indischen Ozean wieder eingetreten ist. Und, ähm, es gibt von keiner offiziellen Stelle irgendeine Bestätigung. Nur SpaceX hat verlautbaren lassen über, äh, Gwen Shotwell, also die zweite Scheffin nach, äh, Elon Musk, dass, äh, SpaceX keine, keine Schuld an irgendeinem Fehler hatte. Also, die Falcon 9 performte einwandfrei anscheinend. Und, nachdem ja so eine Nutzlast ausgesetzt ist, äh, endet ja die Verantwortung von SpaceX bei solchen Sachen. Ähm, hat, äh, aber ich weiß nicht, ob ich es wieder finde, aber es gab jetzt eine, eine offizielle Aussage irgendwie von, oh, war es das Militär? Ich glaube, es, es kam auf jeden Fall von der Militärseite, ähm, die praktisch gesagt haben, äh, ja, wir untersuchen keine weiteren Probleme bei, äh, bei SpaceX. Genau, weil es, ich glaube, es war schon von Anfang an offensichtlich, dass SpaceX daran keine Schuld trug. Ja, ich weiß auch nicht mehr, ich, ich finde es nicht mehr. Das war heute irgendwie, es ist bloß bei mir vorbeigeflogen und ich habe es wohl nicht retweetet, so, dass ich es nicht mehr wiederfinde. Und ich denke mal, wenn es, wenn es so geheim ist, dass sie noch nicht mal sagen, dass es, was es ist, also ob es ein Satellit ist oder irgendwas anderes, ähm, also selbst bei diesem, bei, bei diesen, wie heißen diese Mini Space Shuttle, X? X-37. X-37 sagen sie ja wenigstens, es ist ein Mini Space Shuttle, ähm, aber da weiß man ja wirklich gar nichts. Es könnte einfach auch ein Käserad gewesen sein und ich denke mal, das bedeutet, dass es hoch experimentell ist und das, äh, äh, versagen und Verlust dieses Objekts, äh, einkalkuliert wurde. Ja, also es war die Air Force. Ähm. War die Air Force? Bist du dir da sicher? Ja, wenn ich es gerade gefunden habe. Okay, gut. Ähm, äh, Based on data available, our team did not identify any information that would change SpaceX Falcon 9 certification status. Also, wir haben keine Information gefunden, die den Zertifikationsstatus der Falcon 9, äh, ändern würde. was so viel heißt, wie, äh, da hat es keine Probleme weitergegeben, die, über die wir uns hier Sorgen machen würden. Genau. Äh, ja. Ich hab, also, Falcon 9 hat funktioniert. Ja, ich hab in dem Zuge auch den schlechtesten Weltraumartikel meines Lebens gelesen, nämlich von focus.de, die im Grunde alles falsch gemacht haben. Ich werd den auch nochmal verlinken, das ist so ein bisschen, unser Zeichner hat drei Fehler in diesem Bild verstecken mäßig. Also, ja, ich, ihr könnt euch den mal durchlesen, ich will das jetzt hier nicht, äh, in diesem Podcast wiederholen, was dort geschrieben wurde. Wollen wir gleich einen SpaceX-Blog draus machen? Ähm, ja, was war denn noch alles dabei? Genau, also, äh, es war ja so, dass auch kurz wieder vor der Sendung, äh, wurde endlich die Falcon 9, äh, die Falcon Heavy, äh, getestet. Also, es gab einen 12-sekundigen Static-Fire-Test, wo einmal die Triebwerke kurz angemacht werden, aber die Rakete dabei festgehalten wird. Ähm, der sollte ja schon seit Äonen gefühlt erfolgen und wurde zuletzt davon verhindert, dass die US-Regierung, äh, denen ist das Geld ausgegangen, beziehungsweise sie konnten sich nicht darauf einigen, dass sie noch Geld haben. Und, wie das dann so ist, dann macht ja die US-Regierung zu. Das kann ja passieren in den USA und das passiert auch öfters. Und, ähm, vom Mitternacht dem 20.01.2018 bis, äh, abends montags dem 22.01. Ähm, gab, äh, äh, gab es sozusagen einen sogenannten Government Shutdown, was auch SpaceX mit Leidenschaft gezogen hat, denn, äh, Cape Canaveral wird ja betreut vom, äh, 45th Space Wing der Air Force und dort wurden auch alle non-essential, also alle, die nicht irgendwie für, keine Ahnung, die Atomcodes verantwortlich waren, abgezogen. Alle, alle zivilen. Nee, nee. Äh, genau, alle zivilen Mitarbeiter. Also, die militärischen nicht, aber die zivilen Mitarbeiter nicht. Und, äh, schon und die durften dann halt nicht. Genau. Und deswegen konnte auch SpaceX einen Static Fire Test nicht durchführen, was sie wahrscheinlich gemacht hätten. Und deswegen fand der jetzt, erst jetzt statt, vor einer Stunde, vor zwei Stunden etwa. Ähm, der lief erfolgreich, SpaceX hat das schon bestätigt, dass, äh, alles einwandfrei lief, muss anscheinend einen riesigen Knall gegeben haben. Ich hab das im Livestream verfolgt. Die Leute waren, ähm, außer sich, wie, wie cool doch das jetzt war und wie laut das vor allem gewesen sein muss. Das verliert ja dann immer so ein bisschen den Wumms, wenn man das über ein Video schaut. Ja, weil die, weil die Mikrofone halt das gar nicht aufnehmen können. Genau. Also, so richtig laute Geräusche kannst du halt über ein Mikrofon überhaupt nicht richtig aufnehmen. Und was ich mich jetzt gefragt hab, ist, wann waren das eigentlich das letzte Mal, dass 27 oder mehr Triebwerke gleichzeitig gezündet wurden? War das dann die N1? Also, man kann jederzeit sagen, äh, jede Soyuz-Rakete hat, äh, 32 Brennen. Ja, aber die brennen ja nicht gleichzeitig. Doch. Wann? Naja, du hast, äh, du hast ja unten, äh, den, den, die zentrale Stufe und vier Booster. Jede, jedes Ding davon hat erstmal vier Brennkammern als, als primäres, äh, als primären Antrieb. Ja. Und, äh, die Booster haben noch zwei Steuerdüsen. Ja, okay. Und die zentrale Stufe hat noch vier. Aber, okay, dann fass ich's mal enger. Äh, 27 oder mehr Triebwerke mit gleicher Schubkraft. Ähm, also dann, dann bist du halt wirklich so bei der N1 oder sowas. Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, äh. Ja, klar. Ähm, äh, etwa eine Schubkraft kombiniert von fünf Millionen Pfund, was etwa zwei Drittel der Schubkraft einer Saturn V beim Start ist. Beim halben Gewicht. Beim halben Gewicht und mehr Nutzlast in, äh, geostationären Orbit. Naja, also, nicht mehr, nö. Ja, aber, weiß nicht so. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh. Auf jeden Fall mehr als alle anderen. Genau. Ähm, und, äh, ja, das war erfolgreich. Und, ähm, anscheinend ist, äh, die, dann jetzt die Zeitspanne für den Start, äh, äh, etwas grob gefasst. Man, man, man beließ es bei in a week or so. Also, in etwa einer Woche. Wollen sie dann den Start ersetzen. Ja, ich hatte was von dem 6. Februar gehört. Ja, das könnte hinhauen. 6. Februar, das wäre jetzt, äh, ja, zwei Wochen etwa. Aber das ist jetzt bitte schön ein Gerücht, das ich in die Welt gesetzt habe, ja. Also nicht, also verlasst euch jetzt nicht drauf. Ja, aber das könnte hinhauen. Ähm, ja, wenn, wenn die US-Regierung davor nicht wieder zumacht. Ich glaube, sie sind jetzt auch erst mal also, die haben sich nicht für lange geeinigt. Das kann jederzeit passieren, das in dem Monat wieder für drei Tage zu machen. Ja, stimmt. Die hatten ja eigentlich bloß, äh, so gesagt, ne, wie sagt man so schon auf Englisch, äh, kicking the can down the road. Genau. Also, einfach gesagt, ja, okay, äh, für, für ein paar Wochen, äh, geben wir euch mal noch eine Frist und dann, dann müssen wir uns aber hier geeinigt haben. Äh, bisschen Aufschub. Äh, aber ist schon, es ist durchaus bedenklich, dass, äh, dass dann sowas wie SpaceX mal eben davon abhängt, dass die Regierung da keinen Scheiß baut. Ähm, das sind zum Beispiel Dinge, wo, wo, äh, Rocket Labs mit der Electron keine Probleme hat. Weil die haben in Maya ihren, ihren Mahia, äh, ihren eigenen Weltraumbahnhof, vollkommen privat, äh, ohne, ohne Personal, das, äh, dann irgendwie auf die Parrikaden geht oder so. Oder wo das, wo die Regierung dann eingreifen kann und, und sagen kann, äh, ne, wir geben euch kein Geld mehr oder so. Das hat schon so seine Vorteile. Und, äh, SpaceX will so es ja eigentlich auch haben unten in Boca Chica in, äh, in Texas. Aber sind ja noch nicht ganz da. Also wird ja auch zur Zeit nicht wirklich weitergebaut, aber ich glaube, das wird sich jetzt in nächster Zeit, äh, da, da wird sich der, der Fokus doch deutlich verändern. Genau. Ähm, ich, äh, wo wollen, wo will SpaceX ihren privaten Weltraumflughafen hinbauen? Äh, in Boca Chica, an der südlichsten Ecke von Texas. Genau. Ja. Das war's zu SpaceX für diese Folge. Willst du mal wieder ein Thema machen, Frank? Ich hab jetzt so viel gesprochen. Es gibt ein Röntgen-Teleskop auf der internationalen Raumstation. Ähm, das nennt sich NICER. Äh, keine Ahnung, worauf sich das genau bezieht. Ist jedenfalls so ein Kühlschrank-großes Teil, das allerdings 300 Kilo wiegt. Ähm, und, äh, ja, damit kann man so Dinge machen, wie Pulsare beobachten. Das hat man auch getan. Und, ähm, Pulsare sind ja, äh, extrem regelmäßige Dinger, weil, äh, eigentlich sind das Neutronensterne, die sich halt um sich selbst drehen. Ähm, so alle paar Millisekunden. Äh, das sind, das sind riesengroße Dinger, sollte man dazu sagen. Sie sind schwerer als unsere Sonne, aber ungefähr so groß wie die Erde, glaube ich. Oder noch kleiner. Und, äh, ja, können sich entsprechend sehr schnell drehen. Ähm, haben auch sehr starke Magnetfelder und deswegen senden die so Zeugs wie Röntgenstrahlung, aber auch, äh, Radio und Ähnliches aus. Ähm, Was kann man jetzt machen? Man hat da oben eine äußerst präzise Uhr und, ähm, man kann dann das Gleiche machen, was man auch mit GPS macht, weil GPS-Satelliten machen ja auch weiter nichts, als einfach bloß ein sehr genaues Zeitsignal von sich zu geben. Und damit kann man dann seine Position bestimmen. Ähm, in dem Fall hat man es sich ein bisschen einfacher gemacht. Äh, man hat nämlich nur einen Pulsar angeschaut und hat damit halt ein, ein einziges, äh, Zeitsignal gehabt. Und, äh, dann so ein bisschen geschummelt und gesagt, naja, wir wissen ja, auf welchem Orbit sich die ISS gerade befindet. Und, äh, wenn wir jetzt nur das Zeitsignal von dem Pulsar haben, dann können wir ungefähr, dann können wir einfach nur genau sagen, auf welchem, äh, auf welchem Abschnitt von dieser Bahn sich, äh, die ISS gerade befindet. Und kann dann so ein bisschen hin und her schummeln und sagen, ja, wir haben, ähm, mithilfe des Pulsars die genaue Lage der ISS auf fünf oder drei Meilen, weil es sind ja Amerikaner, also so fünf bis acht Kilometer genau bestimmt. Wenn man, äh, mehrere solche Teleskope, irgendwo hätte, dann kann man daraus auch, äh, ein richtiges, so GPS-artiges Ding bauen, mit dem man dann, äh, tatsächlich seine eigene, äh, ja, seine eigene absolute Position im Weltraum bestimmen kann. Und, äh, daran wird gearbeitet, äh, aber, ja, also völlig, äh, völlig überflüssig war das Experiment insofern natürlich nicht, weil, äh, es zeigt schon mal, dass das Ganze mit einem geht. Wenn es mit einem geht, dann kann man das auch mit mehreren machen. Und, ähm, der Rest ist dann Mathematik. Also, ähm, ja, wir hatten uns darüber auch schon mal irgendwann früher unterhalten, glaube ich, äh, dass man auf, auf dieser Grundlage halt letztendlich so ein, ein, ja, ein galaktisches GPS bauen kann, also, dass man halt praktisch überall hinfliegen kann und damit seine Position auf ein paar Kilometer genau bestimmen kann, äh, was, äh, besonders für Raumsonden doch ziemlich interessant ist, weil die sind zur Zeit zur Positionsbestimmung immer davon abhängig, dass sie, ähm, Radiosignale von der Erde bekommen und umso weiter sie sich von der Erde entfernen, umso ungenauer wird das dann alles. Äh, also die Positionsbestimmung und ab einem bestimmten Punkt, äh, wäre dann die, die Positionsbestimmung von, äh, also mithilfe von diesen Pulsaren genauer als die Positionsbestimmung, äh, mithilfe von irgendwelchen, ähm, Radiosignalen von der Erde. Und, äh, ja, also einfach eine, eine interessante Entwicklung. Äh, forschen die Chinesen da auch nicht gerade dran? Äh, die Chinesen forschen da auch dran. Die haben auch schon, äh, einen Satelliten gestartet, der auch so ein Röntgenteleskop hat. Und, äh, es gibt ein Paper, das ich hier nicht verlinkt habe und ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt nochmal finde. Ich hoffe das. Äh, frag nachher nochmal nach. Ähm, äh, in dem, äh, in dem man praktisch beschrieben hat, ja, hier, wir haben die, die genaue Frequenz von, äh, dem Pulsar im Grabnebel, Messier-Objekt 1 gemessen. Ähm, das ist ein klein wenig geschummelt, weil das Ding ist frisch, das Ding ist richtig nah dran. Also frisch im Sinne von, die, die Supernova, äh, äh, bei dem dieser Nebel entstanden ist und wo auch der Neutronenstern entstanden ist, äh, die ist keine tausend Jahre alt. Er wurde von Chinesen im Jahr 1054, wenn ihr mich lügen lässt, äh, ähm, aufgezeichnet. und, äh, also das ist noch ein sehr neues Ding und, äh, strahlt entsprechend stark. Ich glaub, tausendmal so hell wie alle anderen Pulsare. Ähm, aber sie haben zumindest schon mal das Prinzip gezeigt und wollen dann, äh, demnächsten neuen Satelliten starten, der, äh, bessere Teleskope an Bord hat und dann, äh, richtig, äh, also etwas genauer die, die Position dann wirklich bestimmen können. Okay. Ähm, geh ich recht in der Annahme, dass es besonders interessant ist für interplanetare Reisen? Genau, ja. Also, weil, ja, man, man braucht halt eine möglichst genaue Positionsbestimmung, um in irgendwelche Umlaufbahnen einschwenken zu können. Ähm, ja, für irgendwelche, äh, äh, Swing-Buy-Manöver oder Arrow-Breaking, wobei man dann natürlich darauf angewiesen ist, dass man am Ende dann doch nochmal, äh, einfach schaut, ja, wo ist man jetzt genau im Vergleich zum Planeten und dann, äh, genau den richtigen Teil der Atmosphäre trifft, weil so drei oder fünf Kilometer höher oder tiefer, äh, ist dann manchmal doch kritisch bei der Atmosphäre. Ja, aber gerade, wenn man so irgendwie so in der Mitte zwischen zwei Planeten ist und gar keine Relationspunkte hat, ist da vielleicht so ein Pulsar doch ganz praktisch. Ähm, ja, also nicht nur einer, man braucht mehrere Pulsare, von denen man dann, äh, ja, also, ähm, es geht letzten Endes darum, wenn man sich auf einen Pulsar zubewegt, ähm, dann, dann verkürzen sich natürlich die Abstände zwischen den, zwischen den Pulsen, die kommen, einfach, weil man, weil man einfach den, den, den Lichtsignalen, den Röntgensignalen, die da von dem Pulsar kommen, äh, entgegenfliegt und damit verkürzt sich natürlich die Zeit dazwischen den Einzelnen und damit kann man halt, äh, seine, seine eigene Geschwindigkeit, ähm, feststellen. Außerdem kann man dann noch die Winkel zwischen den einzelnen Pulsaren ausmessen, wenn man das dann unbedingt machen will. Ähm, jedenfalls kann man dadurch, dass man seine Geschwindigkeit, äh, messen kann, ähm, äh, halt, wenn man einmal, wenn man einmal einen Punkt hat, von dem man genau weiß, okay, an dem Punkt war ich mal, kann man von dort aus dann halt, kann man dann halt bestimmen, okay, ich bin jetzt 1000 Kilometer in die Richtung geflogen und dann bin ich 2000 Kilometer in die nächste Richtung geflogen und so weiter und so weiter. Und ja, kann dann auf die Art und Weise halt navigieren und seine, seine Position bestimmen. Wenn ich das jetzt noch alles richtig im Kopf hatte. Es war halt, äh, alles halt wie gesagt etwas stressig, weil ich hab kurz vor der Aufzeichnung, äh, diesen, diesen Artikel über die Disco-Kugel gemacht, äh, zusammengebaut und, äh, mich leider nicht ordentlich vorbereiten können, wie ich das wirklich vorhatte. Naja, ich glaub, die Hörer und Hörerinnen werden es uns verzeihen. Ich mach mal, äh, hab ich jetzt, genau, ich mach jetzt mal mein, ähm, Thema Google Luna, wie ich's aufgeschrieben hab, Google Luna nix, hm, Wortwitz. der Google Luna x-Preis endet am 31. März 2018 und zwar ohne, dass es einen Gewinner geben wird und ohne, dass das Preisgeld von 30 Millionen US-Dollar ausgeschüttet wird. Ähm, denn da, die, das, 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 das Preiskomitee hat eine Pressemeldung rausgegeben, dass sie, nachdem sie sich sehr lange mit allen fünf Finalisten unterhalten haben, festgestellt haben, dass niemand bis zum 31. März eine Rakete Richtung Mond gestartet haben wird, wo eine Nutzlast drauf ist, die irgendwas mit Google Luna x zu tun hat. Und, deswegen wird, ja, das Projekt beendet. Das stand auch schon lange im Raum, das kam jetzt nicht überraschend. Es war abzusehen, dass, dass niemand es schaffen wird, rechtzeitig, ähm, äh, jetzt kürzlich haben ja Team Indus, ähm, und damit auch das japanische Team ihren Stadtplatz auf einer PSLV verloren, äh, aus Geldmangel. Und, äh, ja, das deutsche Team, äh, der, der Part-Time-Scientist sind ja schon ein bisschen länger draußen, ähm, und, äh, jetzt ist es am wahrscheinlichsten, von diesen ehemaligen, ähm, Mitstreitern, wird wahrscheinlich Moon Express, äh, irgendwann zum Mond fliegen, dieses oder nächstes Jahr. Die fliegen ja auf eine Elektronrakete. Äh, Moon Express. Hab ich gesagt. Ich hab Moon Express verstanden. Ich hab Moon Express, ja, da hab ich's doof ausgesprochen. Also Moon Express und, äh, die Part-Time-Scientists sind ja auch noch immer gut dabei, mittlerweile gesponsert von Audi und Vodafone. Und, ähm, denke mal, dass das auch wahrscheinlich nächstes Jahr dann passieren wird. Ja, das war's. Man, man bemüht sich übrigens gerade, äh, eventuell einen neuen, neuen Sponsor zu finden, um doch noch mal ein Preisgeld ausschreiben zu können. Ähm, wenn das nicht klappt, sagt man aber, man wird den Preis jetzt nicht ganz verschwinden lassen, sondern, äh, wenn's doch noch jemand schafft, dann kriegt er halt den, den Preis dann halt trotzdem, bloß halt, äh, ohne Preisgeld. Okay. Wobei das halt, äh, in dem Fall wirklich so ist, dass das Preisgeld letzten Endes auch ein Witz ist, weil mit 20 Millionen, äh, kommt keiner zum Mond, kann dort landen, einen Rover entwickeln, aussetzen, einen HD-Film aufnehmen und, äh, zur Erde senden und was man nicht noch alles gefordert hat. Äh, ja, es war halt einfach zu viel. Mhm. Ja. Also der, es gibt ja auch gerade, irgendwie findet gerade ein Space Tech Summit irgendwo statt und, ähm, da spricht anscheinend auch der Chef von Moon Express, der meinte, ähm, sie haben dieses Unternehmen nicht primär jetzt wegen dem Google ohne Express vorangetrieben, sondern einfach, weil es ein gutes Unterfangen ist und, ähm, das Preisgeld wäre jetzt einfach, wie, die Kirsche auf der Sahnehaube, äh, gewesen, aber auch ohne den Preis machen sie einfach jetzt nochmal weiter. Ja. Ja, also, äh, du kannst halt, äh, hohe Ansprüche, wenig Geld und kurze Zeit haben, aber du musst auf eins von den drei Dingern, äh, halt verzichten. Ja. Und, äh, ja, der X-Preis hat halt, äh, alles Dreis verlangt und das geht halt, das, das ging halt einfach nicht. Also, äh, für, für die 20 Millionen, ich sag mal, wenn die gesagt hätten, okay, ähm, bringt ein, äh, bringt ein, äh, Orbiter um den Mond, der HD-Bilder, äh, aufnehmen und, äh, zurückfunken kann, äh, das wäre schon, das wäre schon schwierig genug gewesen, sag ich mal. Dann hätte es vielleicht jemand schaffen können, äh, das Ganze trotzdem noch zu machen, ähm, äh, für, für 20 Millionen und dann hätten sie sicherlich auch ein paar, äh, ganz andere Teams gefunden, die, die irgendwie, die sich irgendwie zusammengefunden hätten und irgendwie was Innovatives gemacht hätten, um, um da hinzukommen und irgendwie in diesen, in diesen Orbit reinzukommen oder in irgendeinen Orbit reinzukommen, äh, das hätte ich ehrlich gesagt lieber gesehen, als, äh, als jetzt halt das, weil, ähm, hier war halt von Anfang an fast schon klar, okay, also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da was klappt, dass da was wird. Ähm, ja, ich meine, ich war letztes Jahr, also, im, am 1. April 2007 war ich halt bei den Part-Time Scientists gewesen. Das war aber nicht letztes Jahr. Du hast 2007 gesagt. 2017. Äh, du hast recht. Ähm, 2017 war ich halt am 1. April bei den, beim Tag der offenen Tür und, naja, also, der, der Rover, den hatte man, damit kann man ganz witzig rumfahren. Ähm, aber, äh, die, die ganze Landelfähre ist halt, ja, war halt komplettes Mock-Up, ne, also, bestand so aus, aus bisschen Stahlrohr und, und Holz und so zusammengefremelt halt. Ähm, Ich glaube, das, das eigentliche Landen ist da der, der, der schwierige Prozess dran, weil so ein Auto zu bauen, klar, Audi kennt sich damit aus. Ja, also, äh, vor allen Dingen es ist, du hast dann halt nochmal den, den ganzen Anspruch, äh, erst mal, äh, den Treibstoff mitzunehmen, die Antriebstechnik zu haben, dann natürlich die Steuerungstechnik, äh, äh, die, ähm, brauchst ein Bodenradar und sowas, äh, um halt die Höhe zu kontrollieren und so, dann sanft aufsetzen. Ich meine, äh, klar, es ist, es war in den 70er Jahren, war das eine Riesenherausforderung, ähm, die ist heutzutage immer noch da. und, äh, es, es braucht keine 20 Milliarden mehr, aber es braucht halt mehr als 20 Millionen, um sowas zu machen. Ja. Okay. Wir berichten dann wieder darüber, wenn irgendjemand irgendwas tut, und, äh, ja, äh, viel wurde nicht hochgeschossen, aber es ist ja schon genug, sagen wir mal, Müll dort oben. Und du hast einen Artikel über Weltraummüll geschrieben, Frank. Goldene Übernachtungsbrücken. Da sind schon wieder mal, da sind schon wieder mal Chinesen schuld. Ah, die Chinesen, die bauen irgendwie einen Weltraumlaser für Müll oder so. Die haben ein Paper veröffentlicht, äh, theoretisches Paper, ähm, bei dem sie untersucht haben, ob man nicht mit einem Satelliten, der eine Laserkanone hat, äh, Weltraummüll abschießen könnte, beziehungsweise vorsichtig deorbitieren könnte. Und, äh, naja, es ist keine Laserkanone, sondern es ist ein einfacher Laser, ähm, der sehr kurze Pulse abgibt. Ähm, wir reden so von, äh, die hat dort angenommen 100 Nanosekunden lange Pulse. Ähm, das ist dann schon so kurz, dass man sagen kann, wie lang die Laserstrahlen sind. weil eine Licht-Nanosekunde sind 30 Zentimeter. Und, äh, äh, wenn es 100 Nanosekunden sind, dann sind das 30 Meter. Das hätte ich mal in den Artikel reinschreiben können. Verdammt. Ja, also, die, 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 die schießen dort tatsächlich dann mit Laserstrahlen, die 30 Meter lang sind. So wie in dem billigen Science-Fiction-Film. Laserschwerte. Die schießen, also Laserschwerte, die haben einfach eine sehr hohe Wiederholungsrate. Deswegen können sie begrenzt lang sein. Nee, nicht wirklich, äh, weil die, die, äh, der Laser-Puls, der, der, der wird sich ja trotzdem noch mit, mit Lichtgeschwindigkeit fort. Mist. So, die waren so kurz davor. Ja. Ähm, jedenfalls ballern die da mit, äh, boah, was war das? Irgendwie so 50, 50, äh, 50 Schüsse pro Sekunde oder so rum. Ich hab's schon wieder nicht mehr im Kopf, verdammt. Ja, also was sie machen wollen ist, sie wollen, äh, Weltraumschrott so anschießen, dass er deorbittet, also runterfällt. Genau, ähm, die wollen dort 20 Impulse pro Sekunde verschießen, mit jeweils 100 Nanosekunden Dauer. Wie gesagt, so, so Laser, Laser-Pulse, die 30 Meter lang sind. Ich find das immer noch cool. Ähm, jeweils ein Kilo Joule Energie haben und haben so ungefähr eine Reichweite, äh, von 200 Kilometern. Und deswegen müssen die Dinge auch auf den Satelliten sein. Sie wollen jedenfalls Müll aus einer Höhe von so, so 800 bis 1000, 1200 Kilometer, so in der Größenordnung, ähm, ähm, ja, letzten Endes abbremsen. Und zwar so stark abbremsen, dass es dann in die Erdatmosphäre eintritt. Und, äh, in 200 Kilometer Entfernung, äh, ist das dann so ungefähr 60 Zentimeter groß, der Strahl. Also der, der fächert ja so mit der Zeit auf. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie groß der Laser ist, den man benutzt. Also groß im Sinne von, was für einen Durchmesser hat der? Das ist halt dann auch irgendwo begrenzt. Und, ähm, ja, dann verteilt man halt letzten Endes eine durchschnittliche Leistung von 20 Kilowatt, ähm, auf 60 Zentimetern. Allerdings kommt diese 20 Kilowatt Leistung, äh, halt, äh, in, in 20 kurzen Impulsen pro Sekunde an. Und, äh, die sind dann so kurz, dass die eigentliche Leistung, die da, die da ankommt, äh, eher sowas wie 10 Gigawatt sind. Und das ist dann schon ganz ordentlich. Wenn man 10 Gigawatt Leistung hat, äh, auch wenn sie nur 100 Nanosekunden dauert, äh, dann kann man damit die Oberfläche von, von irgendeinem Schrottteil, nicht nur zum Glühen bringen, sondern, äh, einfach verdampfen. Und, äh, wenn man es verdampft, dann, äh, fliegen da halt Atome von der Oberfläche weg, mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und das Ganze wirkt dann letzten Endes so, als wäre die Oberfläche ein Raketentriebwerk. Und, äh, man hat einen gewissen Schub, äh, in die, in die, äh, in die Richtung, äh, des Laserstrahls. Und, also nicht des Laserstrahls, also, ähm, in die entgegengesetzte Richtung, äh, in die die Atome wegfliegen, was dann der rechte Winkel zur, äh, zur Oberfläche ist, äh, die da gerade heiß gemacht wird. Und, ähm, kann damit tatsächlich, äh, Trümmerteile irgendwie abbremsen. Und zwar unabhängig davon, äh, in wel, wie die sich gerade ausgerichtet haben, äh, oder, oder ob die sich drehen oder sonst irgendwas. Und, ähm, man, äh, macht damit auch nicht viel Material kaputt. Äh, ich hatte heute mal ausgerechnet, wie viel das war in irgendeinem Kommentar, ähm, was, äh, äh, nur ein paar Milligramm sind, äh, die man dann halt, äh, 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 letzten Endes verdampfen muss von der, von der Oberfläche, pro Quadratzentimeter allerdings, äh, äh, um dann, äh, so ein Teil, äh, ja, so ein Teil zu deorbitieren. Mhm. Braucht man ungefähr so 6.000 Impulse. Also man muss so 6.000 Mal auf, also die hatten dort ausgerechnet für eine Aluminiumkugel, die 10 Zentimeter Durchmesser hat. Auf die muss man 6.000 Mal draufballern, damit die von einem 800 Kilometer hohen Orbit auf einen 200 Kilometer hohen Orbit, äh, äh, letzten Endes absinkt und dann verglüht. Wie ist das mit der Stromversorgung? Wie beschreiben Sie das in dem Paper? Äh, gar nichts. Okay. Also ungelöstes Problem. Das ist eine theoretische Untersuchung gewesen. Naja, aber es kann ja sein, dass Sie sich theoretisch mal Gedanken gemacht haben, wie Sie so einen Laser im Beitrag betreiben wollen. Ähm, wie Sie ihn betreiben wollen, haben Sie sich keine Gedanken gemacht, aber Sie haben halt das Ganze auf einem realistischen Laser modelliert. Ja. Ähm, das ist dann Infrarotlaser. Also wahrscheinlich so ein Yak-Laser, den man auch in irgendwelchen Laserpointern benutzt. Wie, wie realistisch findest du denn diese ganze Überlegung? Das ist ziemlich realistisch. Ja, aber ich habe auch gar nicht so dumm. Besser als irgendwie so Netze auszuwerfen oder so. Ja, ich sage mal, die Stromversorgung, okay, 20 Kilowatt, äh, ist ein bisschen, ist ein bisschen gewagt, äh, aber man kann ja, man kann ja, man muss es ja nicht unbedingt direkt von den Solarzellen aus betreiben, sondern kann ja zwischenspeichern und, äh, ja, schießt dann halt nicht im Dauerbetrieb, sondern halt, äh, lädt die Batterien oder die Pufferbatterien oder Kondensatoren oder was auch immer auf und, äh, ja, schießt dann halt das los. Ja, das habe ich mir auch überlegt, dass wir das so machen werden. Äh, also ich finde das, ich finde das eine elegante Lösung, weil, äh, da kann man bestimmt, wenn man das irgendwie in Serie fertigt, so eine Flotte aufbauen, die sich dann, ja, innerhalb von einer Dekade um den ganzen Schrott kümmert. Man braucht gar nicht mal so viele. Ach klar, wie viel bräuchte man denn das? Also, dass man effektiv den Schrott, äh, äh, längerfristig losfährt? Also, es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, äh, wie lange kann man so einen Satelliten betreiben? Ne, also wie, äh, also pro Jahr jetzt, ne? Aber es gibt da oben ungefähr 20.000 größere Trümmerstücke, ähm, so, ich glaube, größer als ein Tennisball. Dann gibt es, äh, ungefähr 500.000 Trümmerstücke zwischen, naja, so, äh, ich glaube, einen Zentimeter und so Tennisballgröße ungefähr. Und die sind deutlich kleiner. Wenn ein Trümmerstück deutlich kleiner ist als das, was ich gerade gesagt hatte, äh, als diese, diese 10 Zentimeter Aluminiumkugel zum Beispiel. Äh, und die meisten dieser Trümmerteile sind nicht nur kleiner, die haben dann auch eine geringere Dichte als diese Kugel. Also, die ist so eine, so eine massive Aluminiumkugel, die ist schon, es ist, da ist schon richtig Masse dahinter, da muss man schon richtig dagegen schieben, damit die, damit man die im Orbit nach unten bekommt. Ähm, die kleineren Teile, die gehen halt schneller weg. Und, äh, naja, davon hat man so ungefähr 500.000, ähm, das Jahr hat ungefähr 500.000 Minuten. Und, äh, selbst bei dieser großen Aluminiumkugel, äh, braucht man nur 5 Minuten Beschuss ungefähr, um die, um die zu, zu deorbitieren. also, so völlig unrealistisch ist es nicht, dass man sagt, okay, wir brauchen ein Dutzend davon und wenn man die dann halt so langfristig betreibt, dann macht man so nach und nach die Orbits sauber. Also, das größere Problem ist, das größere Problem ist, äh, man muss den Satelliten ungefähr in einem ähnlichen Orbit haben, wie den Schrott, den man weghaben will. Das ist natürlich, das größere Problem. Wird dann mit der Zeit einfacher, aber am Anfang heikle, heikle Angelegenheit. Naja, nö, nicht wirklich. Also, muss ja bloß so, also, ist jetzt keine heikle Angelegenheit, das heißt einfach bloß, naja, also, man, man schießt, man bringt den Satelliten da hoch und räumt dann halt die Bahn frei und dann ist die irgendwann frei. Ja. Hm. Ja, wir sind, ich hab das Gefühl, sind wir heute richtig technikpositiv. Also, wir fanden, Ja, total. Wir fanden irgendwie, äh, du fandest irgendwie Sextant, also dieses, ähm, X-Ray-Teleskop, äh, ganz nett. Äh, gar nicht gesagt, wie das heißt, ne? Ja, also es heißt Sextant, also Sextant. Ähm, äh, du fandest eine Weltraummüll-Entsorgungstaktik von den Chinesen ganz gut, ähm, wir fanden beide diese Electron-Humanity-Star-Geschichte ganz nett. Jo, äh, apropos Weltraummüll, da muss ich noch ergänzen, äh, ähnliche Projekte gibt's natürlich nicht nur für den Chinesen, äh, gibt's auch noch von anderen, äh, auch vom DLR übrigens. Und, äh, die haben das halt bestellt, geschrieben, naja, man könnte das ja mit einer Bodenstation machen. Hat man natürlich andere Probleme. Zum einen mal die Atmosphäre, würde ich mal vermuten. Genau. Also man, man, man hat den, den großen Vorteil, äh, man hat Boden unter den Füßen. das ist schon mal, äh, außer man macht's auf dem Wasser. Ja, dann nicht, das stimmt. Aber das wird keiner tun. Weil, wackelt so sehr. Ja. Ähm, worüber ich auch nicht gesprochen habe, Mensch, man muss ja erstmal den, wie so ein Laser schießt, und dann kommt so eine Welle, und dann, ups, haben wir die Uhr ausgelöscht. Entschuldigung. Ja, sorry. Ähm, ja, nein, äh, was das andere Problem ist, worauf, was ich, äh, worauf ich noch hätte eingehen sollen, ist, ähm, man muss den Müll erstmal finden. Also man, man muss ja wissen, worauf man ballert. Äh, weil einfach nur so, auf gut Glück, irgendwie ins Weltraum reinballern, äh, und zu hoffen, dass man da irgendwie Müll schon treffen wird, äh, so dicht ist der Müll nicht. Also es, es gibt da oben so gut wie keinen Müll. Der ist äußerst dünn verteilt. Äh, es ist halt nur so, das Zeug befindet sich in irgendwelchen Orbits, und, äh, hat mehrere Chancen, äh, mit irgendeinem anderen Satelliten halt, äh, zu kollidieren. Deswegen ist das so langfristig ein bisschen ein Problem, aber an sich, äh, kannst du ins Weltall gucken, und da ist nix. Ne, also es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein völlig vermüllter Strand, oder irgendwie sowas, äh, sondern im Wesentlichen ist da gähnende Leere. Man muss also erst mal rausfinden, wo ist denn jetzt gerade ein Teil, und wo genau muss ich ihn zielen, äh, damit ich das treffe, weil, äh, du hast halt nur deine 60 Zentimeter oder sowas, äh, in denen der, der Laserstrahl so halbwegs wirksam ist. Radar funktioniert nicht so richtig, weil die Teile sind dafür zu klein. Was macht man also? Äh, man hat ja so ein Laser an Bord, habe ich gehört. Man benutzt den, äh, und zwar, indem man den nicht ganz so gut fokussiert, ein bisschen weiter aufweitet, und, äh, einfach mal einen Laserstrahl, äh, halt reinballert, und, äh, guckt, ob irgendwo Teile sind, die Licht reflektieren. Und, äh, ja, dann guckt man mit einer Kamera nach, wurde hier Licht reflektiert. Ähm, das ist im Prinzip exakt das Gleiche, was man auch mit einem Radar macht. Man macht's halt bloß nicht mit Radiowellen, sondern man macht das Ganze, äh, mit Licht, und deswegen nennt sich das nicht Radar, sondern Lidar. Und, äh, auf die Art und Weise kann man dann halt, äh, rausfinden, ob da irgendwo ein paar Zentimetergroße Trümmerteile irgendwo sind, auf die es sich lohnen könnte, zu ballern. Muss man dann ein paar Mal machen, weil man muss nicht nur wissen, wo die, wo die Trümmerteile gerade sind, sondern wo lang sie sich bewegen, äh, weil die bewegen sich ja alle in irgendwelchen Bahnen, und dann muss man erstmal die Bahnen ausrechnen, äh, damit man weiß, wo man hinschießen muss, weil man kann nicht einfach dorthin, äh, schießen, wo man gerade das Teilchen gefunden hat, äh, weil, äh, der Laserstrahl ist ja doch eine Weile unterwegs. So, paar Millisekunden oder so, aber das reicht ja schon, äh, weil, äh, so Trümmerteile bewegen sich ja mit 8 Kilometern pro Sekunde, oder so, äh, im Orbit, und 8 Kilometer pro Sekunde, äh, dann, da reden wir jetzt schon von, äh, äh, von, von mehreren Metern pro Millisekunde, und, äh, ein paar Millisekunden ist der Laser dann doch unterwegs, über ein paar hundert Kilometer. Mhm. Ähm, und du hast halt bloß deine 60 Zentimeter, auf die du genau schießen musst, und, ja, also ist dann halt schwierig. Also in der Theorie, ganz nett, in der Praxis noch, verbesserungsfähig. Nö, nö, muss man halt machen. Ja, das meine ich. Technisch, so muss man das dann halt umsetzen. Ja, aber wenn es jemand machen kann, dann nicht chinesen. Also bei den Chinesen. Ja, wird man sehen. Das, das größere Problem ist derzeit eher so, ähm, die Leute gucken da so drauf und denken, ja, ist ja schön, dass man damit irgendwie Müll beseitigen können, aber was ist, wenn die Leute da auf unsere Satelliten damit ballern? Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, die Chinesen sind ja auch verantwortlich für sehr viel Weltraumschrott, dadurch, dass sie mal versucht haben, oder mal ihren eigenen Satelliten Testfiles abgeschossen haben. Ja, weniger als die Russen und die Amerikaner immer noch, äh, äh, aber, aber schon erheblicher Teil. Ja, also, äh, ich will den Chinesen jetzt auch keine böse Absicht unterstellen, ich denke mal, die haben da hehre Intention, aber es kann natürlich immer jede, äh, Dual-Use-Technologie auf zwei Wege verwendet werden. Das ist es in jedem Fall. Also, äh, jede Technologie, mit der du Weltraummüll entfernen kannst, ist automatisch eine Technologie, mit der du Satelliten kaputt machen kannst. Ja. Mehr oder weniger. Genau. Äh, von daher ist das immer Dual-Use, egal, was du machst. Also, das ist so Grundvoraussetzung, dass man sich da irgendwie einigt. Und so ein bisschen ist das ja absehbar, äh, dass man sich dann doch soweit einig ist, zu sagen, mh, jetzt einfach bloß den Orbit immer weiter voll zu müllen, bloß weil wir uns ein bisschen gerade in den Haaren haben, ist vielleicht doch nicht das Schlauste. Denkt sich übrigens auch das DLR. Und, äh, die haben halt, wie gesagt, äh, das Ganze versucht, äh, vom, vom Boden, also haben halt so, zumindest untersucht, Konzepte, ähm, das Ganze vom Boden aus zu machen, hat, äh, diverse Nachteile, hat einmal den großen Vorteil, wie gesagt, man braucht das Ding nicht auf eine Rakete zu packen und damit zu starten, was immer aufwendig und teuer und sonst was ist. Also du kannst dann auch mal einen Techniker hinschicken und das Ding reparieren, wenn irgendwie was schief geht. Das macht die Sache alles sehr viel einfacher und billiger. Aber dafür muss das Ganze über, über 1000 Kilometer Entfernung machen. Nicht nur 200 Kilometer. Dann hast du dann noch deine 20 Kilometer Atmosphäre dazwischen oder so. Also, naja, mein, also die Grenze zum Weltraum sind ja, äh, bei 100 Kilometern Höhe, aber, äh, der größte Teil der, der Atmosphäre ist ja weiter unten. Also, die ersten 5 Kilometer sind so ungefähr die Hälfte der Luft und die andere Hälfte ist dann darüber. Ähm, und die ist halt öfters mal turbulent und das ist ein Problem für einen Laserstrahl, weil so ein Laserstrahl, äh, der, der wird ja dann gebrochen von der, von der Luft und, äh, fächert dann so langsam auf. Das ist übrigens das gleiche Problem, das man hat, wenn man versucht, mit Teleskopen einen Stern anzugucken. Ähm, da sieht man dann auch, dass der durch die, durch die Atmosphäre verschmiert wird. Ähm, da ist es natürlich Licht, das vom Weltraum auf das Teleskop kommt. Ähm, bei dem Laserstrahl ist es genau das Gegenteil. Da hat man halt das Licht vom Teleskop und man würde dann tatsächlich sowas ähnliches wie ein Teleskop benutzen. Ähm, um den Laserstrahl zu bündeln und nach oben zu schicken. Und, ähm, dann, äh, muss man irgendwie dafür sorgen, dass der von der, von der Atmosphäre nicht, äh, nicht, äh, verschmiert wird. Aber dafür gibt es eine Lösung. Das nennt sich adaptive Optik. Es wird auch schon benutzt. Ähm, was man macht, äh, was man da macht, ist, man, man schickt einen Laserstrahl durch die Atmosphäre und guckt, äh, wie das Licht des Laserstrahls, äh, so verzerrt wird. Und analysiert das Ganze, schmeißt das in den Computer rein, äh, der Computer schickt dann Signale an einen kleinen Spiegel, der, äh, deformierbar ist. Und, ähm, durch die Deformation des Spiegels, äh, kann man dann praktisch den, den Laserstrahl so einrichten, dass er halt, äh, von Anfang an schon so verzerrt ist, dass es genau das Gegenstück dessen ist, wie die Atmosphäre gerade ist. Mh, so dass er dann halt von der, von der Atmosphäre sozusagen wieder zurechtgedengelt wird und am Ende dann trotzdem so halbwegs gerade rauskommt. Ja. Und, äh, ja, dann braucht man halt immer noch einen, einen ziemlich großen Prügel, um, äh, auf 1000 Kilometer Entfernung, äh, dann, dann noch einen wirksamen Laserstrahl zu haben. Und, äh, ja, ich hab ja gesagt, man braucht irgendwie sowas ähnliches wie ein Teleskop, um den Laserstrahl da hochzuschicken. Und dieses Teleskop wäre dann eine Größenordnung von 12 Meter im Durchmesser. Also ein bisschen größer als die größten Teleskope, die es zurzeit gibt. Also dann eher doch Satellit? Nicht unbedingt. Weil so, 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 äh, Teleskope sind immer noch ziemlich billig im Vergleich zur Weltraumtechnik. Auch wenn's richtig große sind. Also ich, ich müsste jetzt gucken, was das VLT oder, oder hier Gemini. Ja, vielleicht könnte man das ja dann mit, äh, so einem Worldview-Ballon kombinieren. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der stabil genug ist. Guck mal hier, Gemini, Gemini Observatory, das sind so, ich glaub, 10 Meter Spiegel oder so oder 8 oder was in der Größenordnung. Jedenfalls ziemlich groß. Ähm, zwei davon haben, äh, 184 Millionen Dollar gekostet. Alter, du kriegst den Start von der Ariane 5, aber mehr auch nicht. Also, das ist schon, äh, ja, Technik am Boden zu bauen, hat schon seine Vorteile. Es ist deutlich billiger. Ja. Gut, ähm, wollen wir noch mal ein letztes Thema machen? Können wir dann machen. Können wir machen. Also, jedenfalls, äh, halten wir fest, äh, dass, das Weltraum, die Weltraummüll-Thematik ist bekannt. Äh, sie hat noch nicht überhand genommen, weil, offensichtlich kann man immer noch, äh, Satelliten da oben haben und, die nicht sofort zerschossen werden von irgendwelchem Müll. Also, ganz so schlimm kann es noch nicht sein. Ähm, Ähm, auch wenn man natürlich ständig irgendwann irgendwie, äh, an Satelliten Signale sendet, äh, du, dir kommt ein Trümmerteil, äh, nah, bitte weich doch mal aus. Bitte danke. Ähm, aber zur Zeit ist es halt immer noch, äh, handelbar und, äh, wie man sieht, man, man arbeitet doch ernsthaft an Lösungen, die, äh, durchaus praktikabel sind. Im Gegensatz zu irgendwie andocken und zu hoffen, dass sich der Satellit oder das Trümmerteil nicht zu sehr dreht und sonst irgendwas, äh, was, was weniger praktikabel ist, als zu sagen, okay, wir schießen mit einem Laser aus einer größeren Entfernung drauf, äh, braucht dann, relativ viel Energie, aber könnte halt klappen. Gut. Was ist jetzt zu deinem Satellitenthema? Ich denke mal, ähm, ich hab das halt, äh, wer interessiert ist an den Papern, guckt einfach mal, äh, in meinen Artikel. Ich verlinke immer jede Menge wissenschaftliche Paper dazu. Genau, und dein Artikel ist in den Show Notes. Jo. Genau. Gut, kommen wir zu unserem letzten Thema. Äh, schon ein bisschen länger her, aber ich wollte es nicht unter den Tisch fallen lassen, äh, nämlich am, äh, 5. Januar 2018 ist, äh, John Young verstorben, äh, äh, ehemaliger Apollo-Astronaut und, äh, der, äh, am längsten gediente Astronaut, äh, der NASA mit 42 Jahren, ähm, war die einzige Person, oder ist immer noch die einzige Person, äh, die vier Raumfahrzeuge kommandiert und gesteuert hat in ihrem Leben, nämlich, äh, die Gemini, äh, ähm, wie nennt man das, das Gemini-Raumschiff, ähm, das Apollo-Command-Module, den Apollo-Lander und das Space Shuttle, wo die Frage ist, wie viel man beim Space Shuttle überhaupt steuert, aber auf jeden Fall hat er das pilotiert, auf jeden Fall in seinem Leben, ähm, er flog insgesamt sechs Missionen, äh, nämlich Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16, war damit auch einer von drei Personen, die zimmer zum Mond geflogen ist, mit Apollo 16 war er dann auch auf dem Mond gelandet, war die neunte Person auf dem Mond, fuhr dort auch den Mond-Rover und flog dann nochmal mit, äh, Space Shuttle Flug 1 und Space Shuttle Flug 9. Jo. Da sind es wirklich die allerletzten Leute, ne? Ja, es geht zu Ende. Es gibt auch eine sehr, äh, interessante Geschichte, äh, im Zusammenhang mit John Young, ähm, bei Gemini 3, dem ersten bemannten, äh, Gemini-Flug, flog er zusammen mit Gus Grissom und, äh, und das war der Flug, auf dem das erste Mal Astronautennahrung eingesetzt wurde, also das erste Mal, wo die Mission berühmt geworden, die Mission so lange gedauert hat, dass sie während der Mission was essen mussten, beziehungsweise man wollte dort diese Nahrung einfach testen und das war damals noch diese ganz klassische Tubennahrung, die man ja irgendwie aus der Populärkultur kennt, ist ja heute ein bisschen anders, ähm, und Gus Grissom hatte, gibt's auch mal Pizza, genau, und Gus Grissom hatte sich auch schon davor ein bisschen darüber beschwert, dass er diese Astronautennahrung nicht mag und John Young dachte sich, er tut seinem Kollegen was Gutes und schmuggelte ein Corned Beef Sandwich, ähm, ja, mit in die, mit in seinem Raumanzug mit ins All und während des Fluges machte er seinen, seinen Anzug auf, holte das Corned Beef Sandwich raus und fragte Gus Grissom, ob er denn was abhaben möchte von seinem, äh, Lunch. ähm, das war natürlich sehr lustig, ähm, äh, Grissom meinte dann aber, ja, also das war anscheinend schon drei Tage alt, das Sandwich und, äh, es hatte auch neben Corned Beef keine, keine weiteren Beilagen wie Salat, Tomaten oder irgendwie, keine Ahnung, Mayonnaise, Butter, was man da sonst noch auf so ein Sandwich drauf tut, also war anscheinend nicht so geil, fand auch, äh, fand auch kaum jemand wirklich lustig, überraschenderweise, also die NASA fand's nicht lustig, weil, ähm, die Krümel von diesem Hand, äh, handelsüblichen Brot, Graubrot, was dafür verwendet wurde, die hätten nämlich einen Kurzschluss im Raumschiff auslösen könnten, was dazu geführt hätte, dass, äh, ja, das ist, dass die ganze Geschichte schlimm ausgegangen wäre. Ähm. Was mich, was mich übrigens gerade daran erinnert, wir hatten ja mit, ähm, Bake in Space gesprochen. Ja. Und deren Ofen, äh, deren Mission ist irgendwie verschoben worden. Ach, echt? Ja. Äh, die, die ist jetzt jedenfalls, äh, noch nicht bei der nächsten ESA-Mission dabei. Also bei Alexander Gerst. Genau. Ah, interessant. Äh, wo, wo hast du das gelesen? Oh, fahr mich nicht. Okay. Ja, dann müssen wir nachher der Sendung noch mal kurz drüber reden. Auf jeden Fall, ähm, wer es auch nicht lustig fand, war das US-Repräsentantenhaus, äh, die Grissom dafür, äh, die, äh, Young dafür gescholten haben, dass, ähm, er, ja, Millionen an Steuergeldern verschwendet hätte, weil sie waren ja aus dem Grund im Weltall, dass sie diese Astronautennahrung testen sollten. Und wenn sie dann einfach anfangen, ihr eigenes Essen mitzubringen, macht die ganze Mission ja keinen Sinn. Ähm, und ich glaube, es war auch der erste Astronaut, der ein offizielles, ähm, ja, äh, Vermerk in seiner Akte bekommen hat, also reprimandet war, wie nennt man das, blauen Brief bekommen hat. Ähm, ja, also es war, es hätte heikler ausgehen können, war natürlich alles irgendwie glimpflich ausgegangen, aber, äh, hat danach auch niemand wirklich versucht. Und, äh, mittlerweile auf der ISS hat sich ja die Astronautennahrung so weitgehend verbessert, beziehungsweise man hat ja auch so ein bisschen so eine Art Handgepäck, wo man eigenes Essen mitbringen darf, ähm, unter gewissen Auflagen, ähm, sodass niemand mehr äh, Essen schmuggeln muss. Ähm, äh, es gibt ein, eine Art Memorabilia im Gus Grissom Memorial Museum in Mitchell, Indiana, wo ein Corn Peaf Sandwich in Acryl eingeschlossen ist. Es ist nicht das Corn Peaf Sandwich, aber es steht symbolisch für diese Aktion. Jo, ähm, ich finde jetzt gerade die Story nicht, aber, äh, ich hab's definitiv gelesen. Genau. Ähm. Dass das noch nicht, äh, dass das noch nicht gestartet wird. Ja, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Genau. Ja, das war das, äh, das Leben von John Young, ähm, ein wirklich legendärer Astronaut. Ich hab's ja gesagt, hat, äh, sehr viele Raumschiffe geflogen, war bei sechs Missionen dabei, hat sieben Raketenstarts miterlebt, wenn man mal den Start des, äh, Apollo-Lander-Moduls mitzählt. Ähm, und, äh, wie du schon gesagt hast, langsam, langsam sterben Seile weg, die Apollo-Astronauten aus der Ära. Ja. Der vorletzte Mann auf dem Mond ist noch da. Genau, der letzte ist, äh, John, äh, Eugene Cernan ist ja auch verstorben. Ja. Äh, John Glenn ist verstorben. Ja. Ja. Ich frage mich ja tatsächlich, ob, ob wir einen Menschen auf dem Mond erleben werden, bevor der letzte, äh, Apollo-Astronaut verstorben ist. Äh, wird eng. Mhm. Mittlerweile schon. Auf der anderen Seite, wenn man sich so die, die, äh, die, das britische Königshaus anguckt, dann wiederum ist die, ist die Lebenserwartung von Frauen meistens immer sehr, sehr viel höher als die von Männern. Ja, aber es gibt ja keine weiblichen Apollo-Astronauten. Ja, also die, die weiblichen Mondlande, äh, weiblichen Apollo-Astronauten, die haben dann größere Chancen. Hm. Zu schade, dass es keine gab. Wirklich sehr schade. Jo. Gut, beenden wir diese Sendung an dieser Stelle und machen noch unsere traditionelle Raketen-Vorhersage. War's das wirklich schon? Ja, das waren unsere Themen. Tatsache. Ich find's auch ganz gut. Tatsache, wir sind durch. Ähm, Launch-Schedule, da haben wir einmal am 25. Januar eine lange Marsch 2C mit dem Yao-Gun 3004-Satelliten, ähm, was ein, äh, Überwachungssatellit für die, für das chinesische Militär wird. Ja, ach, natürlich, die Ariane 5, äh, mit SES 14 und Alja 3, ähm, es gibt ein paar deutsche Twitterer, die gerade auf dem Weg nach, nach, zum Beispiel, äh, Podcast-Kollege Tim Pridloff, der für Raubzeit von dort berichtet. Ich hab den tatsächlich mal angeschrieben, er hat so ein bisschen, und Leaving Orbit. Genau, er hat so ein bisschen, ähm, um Input gebeten, was, ähm, berichtungswürdiges in Französisch-Skoyana ansteht und ich hab ihn mal angeschrieben und gefragt, ob er vielleicht mal die Ohren aufhalten kann, was die soziale Lage dort angeht, also wie sich da die, ja, soziale Lage vor Ort verbessert hat nach dem Streik letzten Jahres. Vielleicht kommt da irgendwas bei rum, das find ich ja spannend. Das find ich, das find ich auch tatsächlich am spannendsten, äh, was ja so, ja, obwohl er macht ja auch Raumzeit, also, ja. Ja. Dann haben wir am 30. Januar eine Falcon 9 mit SES 16 und GovSat 1. GovSat 1 ist für die, äh, Luxemburg. Ja, genau. SES, klar, Luxemburg. Ja, irgendwie muss Luxemburg seine NATO-Verpflichtung irgendwie erfüllen und da steht anscheinend nicht das Größte mit, also hier steht Helping Support Luxemburgs NATO-Obligations. Okay. Ähm, und, ach nee, doch, also, also, Sojus, Canopus V3 und V4, ähm, Erdbeobachtungssatelliten, angeblich, äh, Disaster Response, Mapping and Forest Fire Detection, äh, über militärischen Dual Use brauchen wir uns hier nicht zu unterhalten, ähm, am 31. Februar, beziehungsweise, am 31. Januar, beziehungsweise 1. Februar, ähm, das ist dann, äh, 3.07 Uhr unserer Zeit. Okay. Dann, ähm, auch am 1. Februar eine lange Marsch 2D mit, äh, CSES, das ist ein, ähm, elektromagnetischer Seismograph. Ja, genau, in, in Partnerschaft mit Italien, also, zwei Länder, die, ja, Erdbeben geplagt, geplagt sind und sie wollen Erdbeben voraussagen mit Hilfe von Elektromagnetismus. Interessant. Ja, wir werden mal sehen. So, dann, äh, 3. Februar, wieder mal angekündigt, äh, die SS-525-3com-1R, das ist die, die modifizierte Höhenforschungsrakete von Japan, äh, deren zweiter Flugversuch ansteht. Äh, wir erinnern uns, im Januar letztes Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr, ist die schon mal geflogen und, äh, hat leider, hat es leider nicht geschafft, ein Ovid zu erreichen. Mhm, mal schauen, ob sie es diesmal schaffen. So, dann, dann überlasse ich dir noch das Zuckerstück. Genau, Februar, es steht da nur, Falcon Heavy Demo Flight. The first Falcon Heavy rocket will attempt to place a Tesla Roadster on an Earth-Escape trajectory into a heliocentric orbit. Immer wieder schön zu lesen. Jo, und dann, äh, werde ich mich jetzt, äh, dringend darum kümmern, dass ich was zu essen kriege. Genau. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, äh, unterstützt uns bei Libera Pay und, äh, lasst uns Kommentare und Feedback da, wenn ihr welches habt. Wir bedanken, genau, das habe ich schon gesagt, wir sind raus. Äh, wir sind in, äh, wir sind in zwei Wochen wieder da, genau, denke ich. Frisch, fromm, fröhlich und frei. Genau, irgendwo, wir haben, wir haben noch eine Sendung aufgenommen, beziehungsweise du hast, weil ich, äh, sturmgeplagt leider nicht da sein konnte und, äh, wann das genau veröffentlicht wird, äh, das wird sich zeigen, weil es geht dort um einen Film und da ist die große Frage, äh, wann die Filmrechte es erlauben, dass dieses Interview ausgestrahlt wird. Genau. Äh, mehr dann, wenn es mehr zu erzählen gibt. Genau. Habt noch einen schönen Resttag, je nachdem, wie viel davon noch übrig bleibt und, äh, gehabt euch wohl. Ciao. Ciao.